Ich habe dieses Jahr 27. Seitdem ich 18 bin, habe ich halt kein normales Leben. Gibt es irgendein nächstes großes Projekt, was außerhalb von diesen Minecraft-YouTube-Videos-Kosmos ist? Entweder bin ich Content-Creator mit Minecraft oder ich muss mir was anderes suchen. Also das war so ernst, dass ich auch ernsthaft nach anderen Jobs und so gesucht habe. Kommt ein nerviger Zuschauer zu Kevin. Er hat gefragt, Kevin, wie sieht Basti aus? Was wird Kevin machen? Na gut. Was denkst du? Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Moin Freunde. Ich kann es nicht fassen. Man kann vielleicht schon hier am Hintergrund erkennen, wo wir uns befinden. Freunde, es ist soweit. Wir sind heute bei Bastik IHG zu Hause. Was geht ab? Hallo Basti. Was geht ab? Mein Zimmer war noch nie so voll. Und es waren noch nie so viele Kabel in einem Raum. Ja, ich glaube, Basti hat den halben Anfall. Wir kamen hier so rein. Wir sind gerade in einem Streaming-Zimmer, kann man ja glaube ich sagen. Und hier war so alles clean. Und die Jungs meinten auch so, holy shit, hier ist so clean. Und so, dafür, dass man deinen Raum nicht sieht, so ultra aufgeräumt und sauber und so. Und jetzt stehen hier so 14 Stative, zwei fette Lichter, Digga. So ultra viel Kabel auf dem Boden. Ja. Wir haben uns breit gemacht. Wir haben uns breit gemacht. Ja, so ist es halt, Bro. Aber es ist wirklich, muss ich sagen, ein sehr schönes Zimmer. Also das, was ihr seht, das ist nicht extra aufgebaut worden. Das ist immer so. Ich danke dir. Ja, also. Richtig geil. Vielleicht habe ich auf den Moment gewartet, dass hier mal so ein Video-Podcast aufgenommen wird. Aber ich habe schon, als wir hier reingekommen sind, meine ich schon so, zu Basti, hier hätten wir sitzen können. Weil diese ganze Podcast-Story. Das ist das erste Fass, was aufgemacht wird in der ersten Minute. Ja, wir müssen darüber reden. Kevins Gehirn funktioniert. Also das ist das erste, was ihm einfach gerade irgendwie einfällt. Ja, guck mal. Dann erzähl es. Ich glaube, die Story kennen so viele gar nicht, obwohl die eigentlich voll geil ist. Also für uns beide, für was jetzt nicht so. Und zwar hat es damit angefangen, dass wir, also ich kann mich nicht mehr so ganz, willst du die Story erzählen? Ich kann die Story gerne erzählen. Ja, mach du mal, weil ich glaube, du kannst dich besser erzählen. Jetzt wird gefickt. Es ist eine Weile her, ich glaube, das war sogar Ende 2017, um Anfang 2018 herum, dass Kevin mal zu mir meinte, boah, eigentlich ganz cool einen Podcast irgendwie so zu machen. Und ich so, ja, erklär mal ganz genau, weil ich das nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und dann haben wir ein bisschen länger darüber geredet, so Podcast-mäßig so. Ja, klingt echt ganz cool. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir wirklich so lange darüber geredet haben, Bro. Willst du mich erzählen lassen oder nach dem ersten Satz unterbrechen? Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass, nee, erzähl es mal weiter. Also, du kennst mich, ich starte alte Handys und ich werde mir die Sprachnachrichten raussuchen. Oh mein Gott. Aber auf jeden Fall war ich da damit ganz cool und meinte so, yo, lass das mal wirklich machen. Das war halt damals noch, Podcast war überhaupt nicht so, kannte man halt nicht so. Ja. Hat jetzt nicht jeder zweite einen Podcast gemacht. Und wir waren so weit, dass dann der Punkt angekommen ist, dass du gesagt hast, okay, gib mal Namensvorschläge. Wir müssen mal ein bisschen weiter brainstormen. Bro, was? For real, 200 Prozent. Du hast mich gefragt, was wir für einen Namen nehmen wollen. Und das Thema ist dann so ein bisschen ruhiger geworden. Und ich habe dann jetzt auch nicht unbedingt groß nachgefragt. Und dann irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass du so, glaube ich, sogar im Stream darüber erzählt hast, dass du mit Rees einen Podcast machst. Und das ist bitter. Wow. Das hast du nicht verdient. Ich bin ein schlechter Freund. Ich kann, Bro, ich kann noch weiter ausholen, ne, gleich. Hol bitte, hol bitte aus. Dominik meint sich schon, er freut sich mega drauf, dass ich jetzt für eine Stunde eingefickt werde. Bro, ich werde mich heute nur zurücklehnen und einfach nur zuhören. Das ist ja einfach geil, Alter. Und ich hatte dann halt Kevin nur darauf angesprochen, so, ich glaube, das war sogar dann nach dem Stream, ich meinte so, okay, mach das Podcast jetzt doch mit Rees so. Und dann meintest du so, For real, du hast das halt so gesagt, ja, du musstest dich entscheiden. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Nee, dann sage ich, nee, Beto. Okay, naja. Das ist krass, okay. Also ich weiß davon fürs Protokoll gar nichts. Ja, das ist gerade zum ersten Mal. Das. Also, dass der Plan mal stand, ja. Aber ich wusste gar nichts davon. Bro, ich kann mich, das ist so voll crazy, so ein paar so Jahre, Momente sind fast wie gelöscht. Ich weiß nur, ups, ich weiß nur, dass es quasi mal so ein Ding war, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, ich glaube, also jetzt mal ernsthaft, wir kennen uns auch, also ich nehme dir das ja auch nicht ernsthaft übel. Und es ist halt nur, ich glaube, ich habe mir das anders gemerkt, weil es für mich halt anders war. War es nicht schlimm? Nee, also nicht wirklich. Es war irgendwann, das hat sich halt auch eingebrannt, dass wir mal im Stream, also ein bisschen haben wir länger getalkt und so weiter. Und dann, ähm, hast du irgendwie am Ende gesagt, ich habe irgendwie noch einen Joke gebracht und du rundest so Dinger oft dann mit ab, ähm, mit so, boah, was für eine Scheiße oder so. Und so, wenn ich halt irgendeinen Joke mache, sagst du so, boah, was eine Scheiße, was ein Müll oder so. Und dann hast du noch am Ende gesagt, ähm, boah, ein Glück habe ich mit dir nicht den Podcast gemacht. Das hat sich auch eingebaut. Boah. Krass. Daran erinnerst du dich an, oder? Daran erinnerst du dich, ja. Okay, ja. Aber war das kurz danach? Das war kurz, also wir hatten halt so, eigentlich voll den guten, so Talk, auch so ein bisschen Deep Talk und dann habe ich am Ende nur so einen dummen Joke gemacht. Und dann hast du das gesagt, ja, boah, ja, mit dir, also so mäßig, als ob man mit dir keinen Podcast sollte heute machen. Das habe ich nicht auf ernst gesagt. Ja, ich weiß. Ja, aber das war das Ding mit dir, aber das muss man jetzt dazu sagen. Aber also erwartest du jetzt eine Entschuldigung? Weil dann würde ich eine machen. Was ist es zu mir leid? Es ist, es ist okay und ich glaube, um das jetzt nochmal einzurollen, ich bin ja auch großer Fan von eurem Podcast und ich glaube, ich wollte nicht die Hürde im Weg sein, dass ihr jetzt nicht über Jahre, diesen erfolgreichen Podcast aufzieht. Ich meine, das stimmt schon, ne? Also dadurch halt, dadurch, dass du halt dich nicht zeigst und so, wären, also jetzt mal Realtalk, wären ja schon manche Sachen extrem schwierig gewesen. Ihr hättet auf jeden Fall, also wir hätten nicht auf Tour oder so gehen können und ich glaube, das ist, würde ich ja sagen, für euren Podcast schon das größte Erfolgsding irgendwie gewesen, oder? Ich glaube, auf jeden Fall ein dicker Meinung. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass so, dass wir YouTube als Plattform dazugeholt haben, hat auf jeden Fall auch nochmal, also ich glaube, es hat auch so, Gästemäßig irgendwie noch mal so ein bisschen mehr so eine Tür aufgemacht, würde ich sagen, oder? Ja, safe. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, hätten wir jetzt mit Mark Forster ohne Video aufgenommen, wäre irgendwie heute... Ja, ja, vielleicht wäre das noch gar nicht zustande gekommen oder sowas. Ich glaube, es gibt halt, weil man muss ja sagen, den Podcast gibt es jetzt schon ein bisschen mehr als fünf Jahre und was ja auch schon mal eine krasse Zeit ist. Also ich glaube, viele Podcasts schaffen es auch gar nicht so lange überhaupt und es gibt halt immer so gewisse Meilensteine, die halt dann immer wieder das Schicksal so ein bisschen neu gelegt haben. Ich meine, das auf YouTube mit Video umzuswitchen oder das noch zusätzlich zu machen, war ja auch ein richtig wichtiger Meilenstein dafür, wie es jetzt halt ist. Ja. So, und deswegen weiß man halt gar nicht, was wäre passiert, wenn man jetzt auf Audio-only geblieben wäre. Vielleicht hätte man irgendwann auch die Lust dann dran verloren, kann ja auch sein, weißt du, dass dieser Kick dann irgendwie fehlt oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es gar kein ernsthaftes Ding so geworden zwischen uns, Kevin. Also ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie so ein Scheidungskind und die Eltern reden so. Es ist so zwei bei Kalvas gerade, Basti, die sind da und du bist dann halt Kalvas. Und ich warte gespannt auf den DNA-Test, wer ist mein Vater? Nein, aber ist ja auch vielleicht Quatsch, dass wir mit dem Thema vielleicht reinstehen, weil es halt irgendwie so ein bisschen... Ja, das ist ein richtig quatschiges Thema, aber gut. Stimmt. Also weil es so negativ angenehm ist, also es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt halt so... Aber wir haben schon echt viel durchgemacht, ne? Also Basti wartet, bis ich ablebe, um dann meinen Platz einzunehmen quasi. Können wir das festhalten? Also ich glaube, einer meiner favorite Basti-Storys oder nicht Basti-Storys, aber Basti-Momente war, als wir uns jetzt vor kurzem mal wiedergesehen haben. Also wir haben uns hier jetzt, ich meine, das ist glaube ich drei Jahre. Ja, ja, 2020 Weihnachten. Ja, da haben wir uns, okay, da haben wir uns dann das sozusagen letzte Mal gesehen und dann drei Jahre später, das ist jetzt aber auch schon wieder ein Monat oder so oder zwei her, keine Ahnung, haben wir uns dann irgendwann nochmal gesehen und ich weiß noch, Digga, ich mache so diese Tür oder nee, du machst diese Tür auf, ich komme halt so an. Ja, du machst diese Tür, aber diese Tür geht langsam auf und ich sehe nur, wie Basti so, wie so ein bisschen so hüpft einfach vor Freude. Du stellst dieses Hüpfen aber auch so ein bisschen so, als ob ich da seilspringend im Flur stand. Das war Loki, als war Seilspringen. Also wenn man so, ihr kennt ja so Leute, die so Seilspringen und dann, wenn man so richtig gut seilspringen kann, dann hebt man ja nur so ganz leicht vom Boden ab. Ja, 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 ja. Auf dem Level war es Hüpfen. Es war halt wirklich, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich einfach wiederzusehen und also es war halt so, ich habe meinen Emotionen freien Lauf gelassen und es war ein Spring, was rauskam. Ja, manchmal, das ist wie so ein Hund, der dann irgendwie, wenn Besuch kommt, dann muss er copen und nimmt sich sein Lieblingsspielzeug und trägt das so rum. Also es ist so ein Kichern, aber weil ich halt auch über die Absurtheit dieser Situation, also es ist jedes Mal irgendwie, es ist für mich so schnell nicht mehr merkwürdig. Es ist eigentlich auch generell nicht merkwürdig. Es wird halt so ein großes Fass darüber aus, also vielleicht wundern sich eh Leute, warum man mich halt nicht sieht, wenn man sich halt nicht zeigt, sodass das halt. Können wir gleich noch drüber reden. Ja, voll, also, weil ich denke mir so gerade, wenn Leute jetzt überhaupt nicht wissen, wer ich bin und sich irgendwie wundern, dass ich... Stimmt, die denken so, warum ist dir die ganze Zeit... Also wenn es geklappt hat, seht ihr jetzt immer, wenn Basti riecht, so seinen animierten Minecraft-Skin. Kann aber auch sein, es hat nicht geklappt, dann seht ihr einfach... Dann habt ihr das auch nie gehört. Ja, dann schneiden wir das raus. Ähm, nee. Ja, stimmt, die denken so, was ist hier so, Geheimagent oder so? Also manchmal lässt man sich von Zuschauern fast auch schon so reinsteigern, dass das halt irgendwie so eine crazy Sache ist, so mit Aussehen, wenn dich jetzt jemand trifft oder so, aber es ist halt einfach... Gar nicht mal so das große Ding, ich bin ja... Trotzdem war ich so... Du bist einfach du. Du bist ja trotzdem ein Mensch. Also... Du bist ja trotzdem als Basti KG ein Mensch geblieben. Du bist einer von 80 Millionen. Ja, das wird sich heute noch im Laufe des Talks so rausstellen, wenn wir noch die ganz interessanten Themen rauskommen. Ja, aber Basti hat mir versprochen, es gibt mir noch so geile Sachen über Kevin, die ich auch noch nicht kenne. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Boah, Alter, das ist krass. Haben wir heute ein Placement noch? Kein... Na, vielleicht, genau. Hier rein. Basti, kannst du das bitte mal ablesen? Das bitte auch piepen. Ähm... Boah, wenn ihr so einen Teleprompter hättet, ne? Das ist ja krass. So fürs Intro. Oder einfach der komplette Podcast ist vorgeskriptet und wir lesen das einfach inzwischen aber sehr, sehr gut einfach ab. Aber wie ist das? Also du meinst so, wenn Kevin kommt, dann freust du dich halt. Klar, check ich, weil ihr seid ja befreundet und man sieht sich halt super selten. Aber ist es so, dass du allgemein wenig Besuch einfach hast oder so Real-Life-Leute schon öfter, aber es ist halt was Besonderes, wenn jetzt so jemand wie Kevin kommt, wo man... Also ihr hört euch ja richtig oft so im Stream, aber dann so in echt ist das halt voll super selten. Ich glaube, da können aber super viele Leute relaten, weil das ist so mit jedem so Zocker-Buddy, den du nur über Discord so kennst. Und wenn man sich dann halt irgendwie so trifft, ich glaube, das ist so eine ähnliche Sache. Aber ich muss sagen, so Real-Life ist automatisch durch halt das Daily-Streaming bei mir super auch abgekapselt. Aber ich brauche das auch nicht, weil diesen Spot, den widme ich halt komplett meiner Freundin. So Freizeit oder jegliche sozialen Sachen sind so full Freundin. Die ist halt, die ist seine Connection zur Welt nach draußen. Ja, das klingt jetzt so übertrieben, ne? Ja, aber ich meine, das ist ja so am Ende. Ja, also ich muss nicht jetzt jedes Wochenende irgendwie... Feiern gehen. Ja, das sowieso nicht. Da können wir schon auch noch zu sprechen, aber jetzt jedes Wochenende irgendwelche Freunde so sehen. Ich bin halt in meinem Tunnel, so Arbeitstunnel, und ich liebe das halt so sehr. Ich muss auch vielleicht auch dazu sagen, für die Leute, die... Weil wir haben... Ich habe voll oft das Gefühl, dass unsere Podcast-Community nochmal so ein bisschen anders ist als so Streaming oder so. Also du streamst ja seit wie lange? Acht Jahren? Acht Jahren, ja. Jeden Tag. Also so fucking jeden Tag einfach so. Keine Ausnahme. Bro, wie machst du das eigentlich? Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Was machst du, Digga, wenn du krank bist? Also du warst doch in den acht Jahren safe auch mal Fieber oder so. Ne, ich war nicht einmal krank. In acht Jahren? In acht Jahren. Ernste Antwort gerade? Ich war das letzte Mal, also ich war auch in der Schule nie krank. Ich hatte keine Fehltage. Du bist ein verfickter Superhelter. Aber ich meine, selbst angenommen, du wärst mal krank, also außer du bist wirklich so krank, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dass du im Krankenhaus liegst oder so. Guck, bewahre. Aber ansonsten würdest du dich halt wahrscheinlich auch ein Stündchen hinsetzen, dass du halt den Tag abgabst. Also du hast ja schon manchmal so ein bisschen die Tricks, oder? Dass du mal einen kurzen gemacht hast oder so. Das mach ich jetzt seit Jahren nicht mehr. Das war 2018 Mal, als ich im Urlaub war. Da hab ich mal für eine Woche Vertretungsstreams gemacht. Ja. Da haben auf jeden Fall, also insgesamt in diesen acht Jahren, das will ich auch nie so runterreden, es gab so, glaube ich, 15 Vertretungsstreams insgesamt, wo halt eben andere Leute von diesen ... Da musst du dich nicht dafür rechtfertigen, Bro. Acht Jahre, 15 Mal. Also jetzt von diesen, es sind jetzt halt fast 3000 Tage. Ja. Waren es halt so 15 Vertretungsstreams insgesamt. Das war halt damals mal eine Woche oder mal dann so 2019, immer so zwei, drei. Naja, dann hast du ja technisch gesehen nicht acht Jahre gestreamt. Ja, das stimmt. Also die Streak ist ja dann halt Klo. Das Ding ist halt, Kevin hat das früher auch schon immer so gesagt. Du bist so ein Opfer. Krass. Nee, und das ist halt mittlerweile so weit, dass ich halt, also wenn ich im Urlaub bin, dass ich trotzdem halt aus dem Urlaub dann mit Laptop und so stream. Also auf Ernst so vier, fünf Stunden mäßig? Nee, das nicht, so zwei, drei. Okay, aber schon so einen richtigen Ernst. Ja, aber es ist dann nicht so, also für mich ist es dann trotzdem Urlaub, weil ich da keine Aufnahmen habe. Also das ist dann so wirklich dann, bin ich auch ein bisschen late back und zocke ein bisschen Bloons oder so. Okay, check. Ja, also es ist dann schon so ein bisschen mehr Labern und so. Meine Streams sind ja auch ein bisschen, also ich kenne fast keinen, der das wirklich so, also mir würde jetzt auf jeden Fall niemand einfallen, der so diesen full-on YouTube-Grind so macht im Stream. Ich habe das Gefühl, deine Streams funktionieren ganz anders als die meisten auf Twitch. Ja. So die meisten Leute auf Twitch versuchen einfach halt einen guten Stream zu machen, blöd gesagt. Und daraus entsteht dann einfach so Recycling-mäßig ein YouTube-Video. Klar, ich habe jetzt auch so ein Format wie TikTok, wenn ich lache, fünf Subs oder so, aber also main wichtig ist, dass es ein gutes Stream ist, sag ich mal. Ja. Und wenn noch ein gutes YouTube-Video entsteht, ist geil. Bei dir ist es halt genau andersrum, ne? Also du redest auch mit den Leuten ja quasi so, als wärst du gerade im YouTube-Video. Voll. Das sind halt mittlerweile so, also YouTube lebt von Twitch und Twitch von YouTube. Und das ist so ein Game und Nehmen, was halt so durch die Jahre sich halt echt optimiert hat. Ja. Also was ich meine ist, du gehst ja wirklich online, um deine Aufnahmen fertig zu bekommen, sozusagen. Und dann ist ja sozusagen, wenn du diese Aufnahmen nicht mehr machen musst im Urlaub, fällt ja so ein großer Stresspunkt ja schon weg. Genau. Es ist halt allein auch mehr Urlaub, was man halt nicht so mitbekommt. Viele denken ja auch, dass man Streamer, Streamer nur abends oder halt nachmittags und dann ist ja Feierabend. Und das allein dieses, weil ich das halt auch, darauf halt auch so krass bestehe, so viel Konzepte und Ideen und alles Weitere so alleine ausarbeiten möchte, dass eben vorm Stream die YouTube-Zeit, die YouTube-Arbeitszeit halt auch super viel rein frisst. Und wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann hab ich vorproduziert und dann sind die Videos ja da und dann ist halt alles Thumbnail-mäßig schon fertig und so. Das heißt, du hattest aber dann auch bevor du diese entspannte Zeit, das ist halt eine Crunch-Zeit. Auf jeden Fall. Der Klassiker, so dieses typische, aber das gibt's ja bei uns auch so, dieses typische, man weiß, okay, man ist jetzt irgendwie, in der Woche ist man im Urlaub und dann macht man nochmal so extra, da macht man so viel vorher, dass der Urlaub sich gar nicht lohnt eigentlich. Dann wird so viel hingewurschelt. Also ich meine eigentlich meine, was mir als erstes in den Kopf kommt, so als Rückfrage wäre, ob du, also ob du den, ob du irgendwie die Erholung nicht noch mehr, also wenn du sagst, ich nehme schon mal eine Woche, ob es dann nicht wirklich konsequenter wäre zu sagen, ich erhole mich dann wirklich mal komplett und mache wirklich mal gar nichts und sowas, was natürlich bei der Streak irgendwie nicht möglich ist. Aber abgesehen davon habe ich jetzt, wenn ich jetzt nicht einfach hier so sitzen habe, auch gar nicht das Gefühl, dass es dich jetzt in der Erholung einschränkt irgendwie. Überhaupt nicht. Was bei mir auf jeden Fall anders wäre, glaube ich. Ich würde sagen, wenn ich jetzt wirklich die Woche habe, dann erhole ich mich dadurch, dass ich einfach mich so fallen lassen kann in ein, ich weiß, ich habe jetzt gerade nichts zu tun Gefühl und das erholt mich richtig krass. Aber da ist halt jeder anders und du bist da anscheinend einfach irgendwie, weiß ich nicht, dafür prädestiniert, das genau so zu machen. Ich glaube, ich habe mich sehr krass darauf trainiert durch die Streak. Das klingt auch schon fast ein bisschen gefährlich. Ich streame halt wirklich jeden Tag, seitdem ich ja noch in der Schule war. Ich werde dieses Jahr 27. Und seitdem, seitdem ich 18 bin, habe ich halt kein so normales Leben. Also das klingt extrem gefährlich. Ich frage mich irgendwie, ob irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, ich glaube, ich bin jetzt zufrieden und ich glaube, so ein bisschen so, wie es halt dann auch so ein Hugo oder so irgendwann hatte oder wo Stiggy dann den Sub-Beton beendet hat oder so, sodass so dieser Moment kommt, wo du so sagst, ich glaube, es ist fein jetzt. Ich glaube, so mein Projekt ist fertig so und ich glaube, ich bin gut. Ich frage mich, ob der Punkt dann irgendwann kommt, wahrscheinlich schon, und vor allen Dingen, wie du dich dann fühlst, weißt du? Ja. Ich frage mich, ob das dann so ist, dass, also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es sowas ist, was sich auch irgendwie aufstaut oder so. Aber ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich besser. Für mich bin ich an dem Punkt, weil es jetzt halt eben auch sehr viele Jahre einfach sehr gut läuft, dass ich schon weiß, dass dieser Punkt kommt und ich weiß auch wann. Also ich bin mir eigentlich mittlerweile sehr sicher, dass die zehn Jahre mache ich voll. Okay. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich halt nur noch sechsmal die Woche streame und im Urlaub nicht. Und dann ist es für mich so, habe ich von 18 bis 28 jeden Tag streamt, und habe am Ende... Bro, überleg mal, von 18 bis 28 jeden Tag, Bro. Das ist halt für mich so, ich wollte diese Zeit so maximal ausschöpfen, wie ich nur kann. Und rückblickend kann ich dann auf mich stolz sein, so. Das ist ja auch wichtig irgendwie. Und kann dann halt auf jeden Fall sagen, hey, du hast das Ding halt so durchgezogen und jetzt kannst du auf jeden Fall halt die Früchte davon halt jetzt... Hast du manchmal so... Okay. Das ist voll das Diebe-Gespräch, aber ist geil. Ich finde es nice, weil wir... Es ist eigentlich geil, dass wir so ein bisschen dieber sprechen, weil sonst reden wir eh immer so funny-mäßig im Stream. Vor allem, weißt du, wie ich meine? Das kommt noch mit der Zeit. Ja, ja, aber hast du so Angst, also so dieses klassische FOMO-mäßige, dass du so Angst hast, was zu verpassen aus dieser... Also klar, du bist jetzt nicht so der Megatyp, der jetzt jedes Wochenende irgendwie in eine Bar geht oder in einen Club geht und sich da irgendwie ein paar E's schmeißt, aber hast du trotzdem irgendwie Angst, dass du irgendwas verpasst dadurch? Weil ich meine, guck mal, also ich bin auch mega locked in immer und auch mega im Stream. Aber also bei dir ist es nochmal krasser, habe ich das Gefühl einfach. Weißt du, dadurch, dass wir wirklich über jeden fucking Tag reden. Also bei mir gibt es ja auch mal einzelne Tage, vielleicht auch wenn es die nur alle zwei Monate gibt, wo ich mal sage, heute sind wir auf der Aftershow-Party hier oder heute bin ich mal mit zehn Freunden da und mache den ganzen Tag nichts. Hast du da irgendwie so Angst, irgendwas zu verpassen? Ähm, nein, weil ich halt auch, also ich weiß erstmal nicht, was ich wirklich verpasse, weil ich ja das noch nie erlebt habe so an sich, aber ich weiß, dass ich in tausenden verschiedenen Lebenssituationen, also mein Leben hätte ganz, tausend verschiedene Leben hättest du mir geben können, die jetzt genauso verlaufen und das wäre trotzdem immer das Beste gewesen. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Und. Okay, ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil, also es ist schon cool, das so beantworten zu können, dass man sagt, alles, was ich mir vorstellen kann, ist eigentlich nicht geiler als das, was ich jetzt habe. Ja. Oder so in diese Richtung, dass das, oder dass das zu stark ist. Ich meine, du wirst sicherlich ab und zu mal auch sitzen und denken, ach man, das gibt ja eine Sache, da hätte ich vielleicht schon gerne mal hin oder das. Ich denke mal, das wird es schon mal irgendwann in den acht Jahren gegeben haben, so. Ähm. Ja, safe so, so, safe so iRail-Stream-Sachen, oder? Ich glaube, sowas wäre, dass man so vor Ort auch zusammen streamen könnte. Ich glaube, so Sachen sind dann so. Ja, weiß ich nicht. Oder irgendwie. Ja. Ähm. Oder. Maybe schon. Aber hast du gar nicht so das Gefühl, das ist so krass? Nee, eigentlich nicht. Also, weil da spielt aber auch wieder der Faktor mit rein, wenn ich jetzt die Frage bekomme, so, ich fand jetzt so Snowtrip auch unfassbar geil und ich sehe mir das gerne an, aber wenn mich dann Leute fragen, ob ich jetzt gerne dort vor Ort wäre, dann kommt bei mir als erstes halt der Stream halt auch wieder, dass ich ja trotzdem ja jeden Tag meinen Daily streamen und ich denke dann so daran, dass ich trotzdem wieder vorproduzieren müsste, dann, ich könnte nicht meine Aufnahmen Minecraft-mäßig so machen. Aber wenn wir das alles mal wegdenken, du hättest es vorproduziert. Ich bin zu sehr in meiner Blase, ich kann mir das, ich glaube, du merkst das auch gerade, was? Genau das ist das, was ich meine, ohne dir jetzt da irgendeine Scheiße an die Backe zu labern, aber ich frage mich halt, ich frage mich halt, ob dann irgendwann, ob das dann irgendwann so ein Ding ist, dass du da, dass dann so, wenn es irgendwann mal nicht mehr so ist. Ja. Ob du dann so merkst, holy shit. Auf jeden Fall. Ich verstehe auch, dass du das als gefährlich so einstufst, aber das hier ist nicht meine einzige Säule, sondern so wirklich Privatlebenfreundin und ich habe halt eine sehr, sehr erfüllte Beziehung so. Das ist halt die andere Säule, die ich halt so auch krass pflege und man muss immer wieder dazu sagen, wenn man halt weniger Zeit zur Verfügung hat für andere Sachen, weil man so dedicated das macht, kann man manchmal diese wenige Zeit erst recht nochmal viel krasser wertschätzen. Wenn ich zum Beispiel einen Early-Stream mache und einen Abend mit meiner Freundin habe, dann ist das halt, es fühlt sich an wie Urlaub. So, es ist für mich halt was Krasses. Ich habe mich so krass so trainiert, dass das sich sehr, sehr belohnt anfühlt. Und es ist dann aber nicht so, dass ich denke, ich muss das morgen den nächsten Tag wieder haben. Es ist halt nicht so... Ja, aber das ist crazy. Die Schwierigkeit da ist, eine Partnerin zu finden, die das genauso sieht, die das mitmacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Glück gehabt da, ne? Das auf jeden Fall. Das habe ich, wie ich schon sage, also ich beziehe halt immer wieder so, ey, von den vielen verschiedenen Leben, die man vielleicht hätte leben können, dass ich das, da beziehe ich auch meine Freunde mit rein. So, das ist jetzt nicht nur, oha, ich habe jetzt so viele Abonnenten auf YouTube, so, äh. Es geht mir dann schon so um viele Zufälle, die halt so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Und da bin ich dankbar für, so. Das ist... Du hast halt, du hast einfach komplett alles um dich rum, dein ganzes Leben, alle Fakten, alle Faktoren, die du irgendwie beeinflussen kannst, hast du dir einfach so hingebaut, dass es halt für, für diesen Grind, für diesen Grind, aber so, ne, ist es ja, für diesen Lifestyle einfach passt und dass du, ähm, dass du halt da drin, so mit deiner Motivation einfach irgendwie leben kannst, ohne dass dich Sachen krass stören und ich glaube halt, ohne diese, ohne die soziale Komponente noch mit Freunden und sowas, wird das nicht, auf gar keinen Fall funktionieren, bin ich mir sehr sicher so, ne? Auf jeden Fall, es geht einem sehr, sehr viel halt, ja. Das heißt, das ist dein Gegenpol, bist aber einfach auch ein fleißiger Typ und gehst da drin einfach auf und es befriedigt einen ja, vor allem je länger das geht, desto mehr befriedigt einen das ja dann auch zu sehen, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre und hier noch geileres Video, noch ein geiles Video, äh, ich schaff's auch nach acht Jahren immer noch irgendwelche geilen Challenges rauszuballern und sowas, ne? Digga, das find ich so krass, das find ich so krass, äh, also, ich glaub, ich kenn niemanden, der aus Minecraft so dumm viele Videos und Ideen rausziehen kann, also klar, es gibt auch andere YouTube-Creator, die Minecraft als Tool benutzen für ihre Ideen, und dann irgendwelche Sachen machen, aber... Kaugummi-Tsunami versus Earth-Base zum Beispiel. Ja, also ich hab das Gefühl bei, also, ich hab das Gefühl, dass die, dass es bei anderen Creatoren, vor allen Dingen im deutschen Bereich, aber auch international, so, die mir jetzt einfach würden, viel so, dass ich das viel mehr wiederhole, dass es viel mehr, wie sagt man, das Redundanz hat, dass quasi so, also ich hab das Gefühl, Bruder, du kommst gefühlt jeden dritten Tag mit irgendeinem Video um die Ecke, was irgendwie eine neue Idee ist, was die du noch nicht gemacht hast. So, zum Beispiel hast du jetzt, ich glaube, jetzt vor kurzem hast du so eine Challenge gemacht, wo du nur in Minecraft nach oben gehen darfst oder so, und, äh, da müsste man ja eigentlich meinen, wie lange machst du jetzt, weil du hast ja nicht schon immer diese Challenges gemacht, wie lange machst du die Roundabout? Äh, die Challenges mach ich seit so, ähm, Ende 2018. Okay, Digga, du machst seit fast, sagen wir, fünfeinhalb Jahre oder so, machst du Minecraft-Challenges, also, wie kann ich Minecraft durchspielen mit einem Handicap irgendwie? Du hast Minecraft schon mit einer Kartoffel durchgespielt, Bro, du hast Minecraft durchgespielt mit deinen Füßen, Bro, du hast alles gemacht, und man müsste meinen, Minecraft, aber ich darf nur nach oben gehen von der Höhe her, hättest du schon gemacht, hast du aber nicht. Und du kommst irgendwie jede zweite Woche mit irgendwie so dann, also nicht jeden dritten Tag gefühlt, Bro, musst du ja mit so einer neuen Idee um die Ecke kommen. Ja, voll, also, da muss ich jetzt nur bei dem nur nach oben Ding, das hab ich zum Beispiel vor vier Jahren mal gemacht, in der alten Minecraft-Version, wo es halt noch nicht, jetzt der Minecraft-Talks, aber wo es noch kein Deepslate gab, als es noch keine negativen Koordinaten auf der Y-Achse gab. Gute alte Zeiten. Und ich hab die Challenge noch schwieriger gemacht. Ich hatte damals, als ich das gespielt habe, mit Startholz gespielt und diesmal halt eben nicht, hab's jetzt noch verfeinert. Also manchmal gibt's auch Sachen, die ich wieder aufgreife von früher und so. Ja. Aber das analysier ich halt auch, was halt früher, also was jetzt über die Zeit auch zum Beispiel nochmal gepoppt ist und so. Ja, also klar, du machst Challenges, die du schon mal irgendwie gemacht hast, nochmal in schwerer oder so. Aber ja, ich wollt nur sagen, es ist ja nicht immer nur durchspielen. Also jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf YouTube ein Video bringen, will ich den ändern, auf eine andere Art und Weise. Das wär mir zu wenig Diversität, das wär zu wenig Abwechslung. Ich muss Battles haben, ich muss Großprojekte haben, ich muss irgendwelche, mittlerweile gibt's so Lügenbattle, da warst du auch dabei, wo es überhaupt nicht mehr so viel um Minecraft geht, sondern schon so das Zwischenmenschliche und so. Ja, fand ich auch cool. Du meintest mal irgendwann zu mir, dass du so Bock hast, irgendwie so Minecraft-Formate zu machen, also die halt in Minecraft stattfinden, aber die gar nicht so unbedingt jetzt so krass auf dieses nerdige Minecraft-Wissen gehen, sondern die sich jeder reinziehen könnte, der auch gar keine Ahnung hat von Minecraft. Also mehr wie so eine Art Gameshow umgesetzt in Minecraft. Hast du doch gemacht, oder? Genau. Also, die war schon ein bisschen Minecraft-zentriert so thematisch, aber man hätte ja alles andere aufgenommen. Es ist halt ein gesunder Mix und ich würde das ja auch mit keinem anderem Thema so krass hinbekommen, jetzt halt beispielsweise mit Minecraft, weil dieses Spiel, wenn man sich jetzt, wenn Leute das hören, okay, der spielt jeden Tag seit acht Jahren nur Minecraft, dann denken sie halt, dass ich jeden Tag vielleicht in eine Singleplayer-Welt gehe und ich baue jeden Tag. Ja, ja. Aber es ist ja nicht wirklich Minecraft, was ich spiele, sondern es ist halt einfach diese Baukasten-Vorlage, in der ich mich halt so komplett ausleben kann und alles umsetzen lassen kann. Ja. Durch halt gemoddete Sachen, Plugins hin und her, aber ich brauche das halt so. Ich brauche einen roten Faden und in dem kann ich mich komplett austoben und alles machen und ich gehe halt da so krass drin auf, dass das so die gefundene Passion und Leidenschaft ist. Plus, ich bin halt einfach darin gut. Also es motiviert mich einfach, weil ich in diesem Spiel einfach gut bin. Das ist so das beste Spiel, was ich kann und ich liebe das halt, dass ich zurückblicke, das wird nicht vielen Leuten auffallen, aber dass ich vor drei Jahren zum Beispiel noch früher diese Fehler gemacht habe und jetzt in drei Jahren das optimiert habe, noch mal noch besser geworden bin. So stiltechnisch? Nicht nur stiltechnisch, also Commentary-Welt. Skill, ja, auf jeden Fall Skill auch. Ja, also dass du besser in Minecraft gewonnen bist, meinst du? Auf jeden Fall ja auch. Aber habe ich das richtig verstanden vorher, dass du meintest, du konzeptionierst und so alles selber noch? Alles selber. Wirklich? Alles. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, ob man da überhaupt noch genug Zeit und kreativen Freiraum hat, weil das ist ja an irgendeinem Punkt auch, dass du jetzt wahrscheinlich nicht nur zehn Minuten da sitzt, sondern mal wirklich irgendwann länger. Das wollte ich vorhin schon einfach fragen. So, ich glaube, viele Leute haben das nicht so auf dem Schirm, aber wie sieht so ein Average Day aus bei dir? Wow, ja, ja. Ist jetzt so eine voll stanni Frage, aber ich glaube, dass es viele Leute nicht auf dem Schirm haben, was für ein krasser Prozess ist, was du meintest ja auch vorhin mit so der YouTube-Zeit vor dem Stream. Also du musst ja... Lass ihn ankommen. Ja, so Thumbnails und so musst du ja alles selber machen. Ja, also es ist, weil ich das halt alles alleine mache. Also sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt nicht jeder Tag, das sieht so aus, dass ich jetzt halt einen kompletten Tag einen kreativ Brainstorming Day habe. Wenn ich halt so einen Brainstorming-Tag habe und ich bin jetzt halt zum Beispiel allein zu Hause, dann stehe ich halt früh auf. Ich gucke halt, dass ich dann wirklich so zwischen neun und zehn aufstehe und ich frühstücke und dann setze ich mich halt wirklich an den PC und dann überlege ich mir halt einfach geile Sachen erst mal. Was könnte man machen, in welche Richtung? Also man hat so eine Denkweise. Was ist erstmal, ich denke mal zuerst, was ist das Ziel? Was soll, was ist... Würde ich mal wieder eine klassische Challenge machen? Würde ich mal ein Battle machen? Würde ich mit mehreren Leuten spielen? Würde ich was alleine machen und erst mal so konzipieren, so überlegen, in was für Richtung es geht? Also ihr seht auch zum Beispiel da sind meine Notizbücher. Ich mache auch alles. Ich schreibe alles auf Notizbücher. Ich gucke manchmal Notizbücher von 2020 und greife das nochmal auf. Und dann überlege ich erstmal eine Menge Sachen, aber wenn jetzt erstmal so Sachen anfallen, wie Intros aufnehmen, dann überlege ich mir erstmal nochmal, was ich genau im Intro mache. Ich gucke mir nochmal Ingame an, was ich halt im Ingame-Intro sage, dass ich das nicht doppelt. Dann halt Branding überlegen, Konzipierung vom Thumbnail, in was für eine Richtung geht das, was ist der Titel, hin und her. Und das dann halt alles erstmal weitergeben, Skizzen erstellen und Anweisungen geben und dann ja, so das zum Beispiel machen. Das klingt jetzt schnell runtergebrochen, das dauert aber manchmal auch ein bisschen Zeit und Stunden. Und vor allem halt auch Sachen wie zum Beispiel Plugins oder Challenges, muss ja getestet werden. Ich muss auch den Codern Anweisungen geben, das soll genau so und so sein. Ich will da auch so drin involviert sein. Testest du, wenn du jetzt so eine Challenge hast mit Minecraft, aber ich hab nur ein Herz oder so, bist du dann so ganz kurz vorher, dass du so checkst, dass du so voll im Streamer kurz reingehst und guckst, ist es so wie geworden, wie ich das will? Wurde das so programmiert, wie ich das möchte? Das probe ich halt vorher. Okay, crazy. Krass. Ich glaube, ich kenne, also mir würde so spontan niemand einfallen, der so eine, also in meinem Kopf ist es wie so eine Maschinerie, die du aufgebaut hast, Bro, so mit, du hast wie viele Cutter? Ich habe, ähm, ich habe fünf Cutter. Ja, Bro. Kurz überlegen. Ja, überleg mal. Und dann, ich glaube, es ist, also, du kannst ja nochmal gleich sagen, aber ich glaube, es ist ja so, dass es manche Leute gibt, die nur den Rohschnitt machen, dann gibt es das, dann geben die das weiter an Leute, die quasi den Feinschnitt machen, glaube ich, und dann hast du quasi wiederum noch einen Guy, der nur das Intro macht. Ja, genau. Also an einem Video jetzt so für Schnitt arbeiten eigentlich drei oder vier Leute halt manchmal. Also es gibt... Das ist crazy. Aber braucht man ja auch, um die Frequenz aufrechtzuerhalten auf der Qualität. Es hat sich halt dadurch entwickelt, so durch mehr Erfolg und so, deswegen andere Ressourcen waren verfügbar, aber dadurch hat sich auch dieser Stil von Videos entwickelt, die sind halt mittlerweile sehr, sehr lang und ich liebe das, halt mal eine Challenge oder ein Projekt oder eine Folge so aufzunehmen, die über 15 Stunden oder so geht. Das kannst du aber nur machen, wenn du halt so viele Leute hast. Mhm. Und dann gibt es halt einen Rohcutter, wenn es halt richtig viel ist, dann machen auch zwei Rohcutter so den Job. Wie du schon gesagt hast, knallen das halt dann runter. Es gibt dann schon jemanden, der parallel zum Intro dann daran arbeitet und es sind auch aktuell immer an den Mainstream Videos zwei Editor, zwei Feinschleifer sind da dran. Warum zwei? Damit sich am Anfang auf das Video mehr konzentriert werden kann, dass der Anfang besser editiert ist als das Ende. Weil Watchtime? Watchtime unter anderem, aber auch, weil am Anfang das, was halt der Zuschauer mehr sieht, ja noch ein bisschen besonderer sein soll. Dann wird halt da nochmal im Background ein bisschen mehr rausgetrackt, dann wird das nochmal ein bisschen schöner dargestellt. Einer macht das erste Viertel nur und der andere macht das. Genau, also bei Minecraft gibt es ja auch so Replay-Aufnahmen, dass man dann zum Beispiel aus einer dritten Perspektive nochmal Shots einfangen kann, dass man halt die häufiger am Anfang vom Video sieht, als jetzt bei 45 Minuten. Okay, check. Also jetzt nicht heißen, dass das Ende vom Video jetzt nicht so das wert ist, aber jetzt in YouTuber-Sprache ist es halt schon wichtig, dass da halt ein paar Zeit. Also weil, ja man muss ganz klar sagen, also wenn sich halt jemand 25 Minuten von einem 1-Stunde-Video anguckt, ja Bro, er wird relativ wahrscheinlich, wenn es ihm bis dahin gefallen hat, das ganze Video gucken, so muss man ganz klar sagen. Das sollte man machen. Jetzt ist es anders editiert, jetzt schalte ich ab. Ja genau, also das wird nicht passieren. Jetzt ist der andere Kater drin. Da ist man schon gerade bei so einer Challenge, wo es ein Outcome gibt oder bei so einem Battle, wo man sehen will, wer gewinnen will, dann ist man schon zu involviert, man hat schon zu viel Zeit, sag ich mal, ich sag mal, verschwendet ist das falsche Wort, aber so verbraucht, sag ich mal, um jetzt nicht die Antwort zu bekommen, schafft er es, gewinnt er, whatever, so. Es macht schon Sinn, ja, das ist krass. Was ich verrückt finde, ist diese eine Karte, der nur Rohschnitt macht, da würde ich irgendwann verrückt werden, glaube ich. Ja, deswegen sind es zwei, dass sie sich halt... Einer ist immer in Therapie und dann der andere schneidet. Sagt der Doktor, gerade ist es wieder schlimm. 24 Stunden haben die da irgendwie so versucht, so ein Beaken zu bauen oder so. Chaos-Challenge mit Hugo. Ich kann nicht mehr. Man muss aber dazu sagen, bei so langen Dingern, dann wird es auch noch zeitgleich getrackt. Also von unter anderem halt noch Mods oder so oder von halt von Helfern, die dann halt zum Beispiel noch einen Google-Doc haben, die nochmal zusammenfassen. Also so ein Netherite-Beacon-Stream, der wird komplett durchgetaktet. Ja, muss man kurz sagen, wir haben so ein, so ein... Bro, willst du es erklären? Ja, du bist der Profi doch. Erklär mal, was Netherite-Beacon-Stream ist, ungefähr für jemanden, der nur so Minecraft kennt von so GONG Singleplayer. Also das ist in Vanilla-Minecraft die wohl krasseste Aktion, die man so hinbekommen kann. Also im normalen, klassischen Minecraft-Spiel, was nicht modifiziert ist. Also es gibt einen Beacon, den muss man... Das ist einfach ein Block, der dir krass Power gibt. Und je mehr Blöcken du den halt powerst, desto stärker wird der. Ja, und um ihn halt vollständig zu powern mit Netherite-Blöcken, das ist die wertvollste Ressource, dafür brauchst du zwei Stacks und 36 Blöcke, das nochmal... Ich wusste mal, die Zahlen ausführen, ich will zwar nichts Falsches sagen, weil mich sowas triggert. Aber für einen Netherite-Block braucht man 36 Ancient Debris. Und, naja, Ancient Debris... Wie viel hatten wir, weißt du noch ungefähr, wir haben... Wie viel hatten wir, hatte eine Person in einer Stunde so im Durchschnitt oder so? Wenn sie gut war, dann eigentlich einen halben Stack, so 30, aber es war im Durchschnitt eher so zwischen 15 und 25. In einer Stunde. Und wir brauchten, Digga, 300, 400 oder so, wir brauchten ultra viele. Halt weniger, aber es war, es hat sich auf jeden Fall... Es hat auf jeden Fall gedauert, ja. Und, also, das Ziel war quasi diesen Netherite-Beacon in einem Stream, ich glaube mit neun Leuten oder so mit zehn Leuten, in einem Stream dahin zu bauen. Und es war halt eine Aktion von 24 Stunden. Und wir mussten, Digga, das ist so eine Psychose, ey, alle Leute, die dabei sind, werden so relaten können. Wir haben das halt, also, damit ihr das checkt, man ist dann einfach im Nether und alle Blöcke um einen rum sehen gleich aus. Und man baut einfach immer nur, no joke, man baut immer nur geradeaus eigentlich. Man baut immer nur geradeaus, bis dann irgendwann Lava kommt, dann biegt man irgendwie links ab, aber dann geht's wieder geradeaus, geradeaus, so lange, bis wieder Lava kommt. So geil, das war so geil. Also, das machst du halt straight up, also, am Anfang bereitest du dich drei Stunden oder so vor und dann machst du die restlichen 20 Stunden nur das. Und das war so eine Ultra-Psychose und wir haben's am Ende, waren alle zu müde und wir haben's nicht geschafft, ne? Und dann musst du das nochmal machen. Beim ersten Versuch, aber das hat's irgendwie noch geiler gemacht, dass wir dann noch so, boah, jetzt erst recht und dann nochmal die Taktik ein bisschen verändert und so. Also, ich fand, auch wenn's sich sehr, sehr eintönig anhört, ich fand, das hat nochmal so eine krasse Gruppendynamik entwickelt und das war überkraschend. Es war am Ende eine erfolgreiche, ich denk ja auch, ich hab ja euch alle angeschrieben, alles Content-Creator, die halt jetzt auch einen geilen 24-Stunden-Event-Stream haben oder machen wollen. Ich muss dich erstmal davon überzeugen, jetzt als Kevin, so, hey, ja, guck mal, ich hab ne Idee, vertrau mir mal, das wird gut, aber im Hinterkopf denk ich so, boah, wenn das jetzt nicht geil wird und die es halt einfach langweilig finden oder so, was mach ich denn dann? Ja, ja, das hab ich mir auch gedacht bei der Aktion. Aber da hab ich irgendwie immer ein bisschen auch vielleicht einen guten Riecher. Ja, Bro, es lebt auch einfach, also, guck mal, ich hab das Gefühl, so, die Gruppendynamik, die wir da hatten, also die Gruppe, die wir da hatten, wo wir hätten uns auch einfach, du hättest uns auch einfach 20 Stunden ein schwarzes Bild geben können und irgendwann entwickeln sich einfach lustige Gespräche automatisch, weißt du, was ich meine? Also, einfach so, es passiert irgendwas im Hintergrund und man labert halt währenddessen. Wir haben ja so viel, unfassbar viel Scheiße gelabert währenddessen. Genau, also, ich glaube, das lebt halt dann davon. Aber, also, es war auf jeden Fall einer der schlimmsten und einer der besten Streams, die wir je gemacht haben. Auf jeden Fall. Also, ich hab's absolut positiv im Kopf abgespeichert. Ich auch, ich auch. Und dann bei so einem Stream ist es dann so, dass dann, hast du dann halt Mods oder so, die dann halt so klippen, äh, oh, hier ist jetzt zum Beispiel jemand gestorben, hat irgendwie 30 von diesen Blöcken verloren, fuck. So, Timestand-mäßig. Ja, aber das ist halt in der, das ist, also wirklich nur bei diesen Event-Streams, bei 24-Stunden-Streams, nur dann ist es das. Das gibt's nicht bei normalen Videos oder bei normalen Produktionen so. Aber die Rohkutter, um darauf zurückzukommen, ähm, auf jeden Fall, die machen einen krassen Job, einen sehr, sehr wichtigen Job. Aber die meistern das ja auch mit der Zeit. Die lernen mich ja immer noch besser auch kennen und wissen noch besser, wann in welcher Stelle jetzt ein relevanter Part ist und so. Und man entwickelt dafür ein Gefühl. Sind die Cutter schon eine Weile bei dir? Ähm. Oder so die meisten? Die meisten Cutter, Rohkutter hab ich ein bisschen länger jetzt gesucht. Ähm. Aber, ja, das ist. Weil ich glaube, das ist halt dann wirklich wertvoll, wenn man diese Leute halten kann. Wie du sagst, man spielt sich immer weiter so krass aufeinander ein und die Qualität steigt einfach dann immer noch weiter. Auf jeden Fall. Das ist, also, ich bin da. Geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr dankbar, dass es die Jungs gibt. Gibt's irgendein nächstes großes Projekt? Irgendwas so, was man, also muss ich jetzt auch nicht sagen, was, aber. Äh, gibt es irgendwas, ich meine auch jetzt gar nicht so im Sinne von, hey, ich will jetzt irgendwie dieses Großprojekt machen, was über 10 Videos geht, sondern irgendwie so, boah, wie fragt man das jetzt genau? So, das zum Beispiel, ich würde jetzt als Beispiel an Simplicissimus denken, dass die halt zum Beispiel eine richtig große Doku gemacht haben, die so fast schon im Netflix-Style ist und die dann irgendwie bei der ARD oder so ausgespielt wird oder so. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwer bei dir das so umzudingst, aber checkst du was ich meine? Irgendwas, was außerhalb von diesem Minecraft-YouTube-Videos-Kosmos ist? Ich verstehe voll, was du meinst, aber ich muss sagen, ich ticke da ein bisschen anders. Für mich ist es so, ich bin super happy, auf diesem krassen Punkt oder auf diesem Level zu sein, dass ich mich gar nicht so krass danach strebe oder danach sehne, zu sagen, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt noch weiter, jetzt noch weiter. Ich sehe es auch schon als sehr, sehr krass an, einfach dieses krasse Level so jetzt noch zu halten und mir jetzt keinen Druck zu machen, dass ja jetzt das nächste krasse Ding kommen muss. 2023 war ungeplant ein Jahr, in dem so viele krasse Sachen passiert sind, jetzt beispielsweise mit dem Netherite Beacon oder dass man mit anderen Streamern was gemacht hat und denen das gezeigt hat, Minecraft gezeigt hat und so, dass das spontan zu einem so besonderen Jahr geworden ist, dass man das einfach, ja, so enjoyen konnte, ohne dass das halt jetzt vorberechnet. Ich würde es nicht geil finden, wenn ich jetzt denke, boah, das wäre krass, wenn ich jetzt mal in 2024 mal mit diesem großen Streamer beispielsweise jetzt mal endlich zusammen streamen könnte und so. Das ist so, ich lasse das Ding dann eher auf mich zukommen. Check ich, ja, ja. Ja, aber check ich auf jeden Fall komplett. Nehmt ja auch ein bisschen Druck von dir dann runter. Also ich, also es ist auch so ein bisschen so, ähm, mir selbst nochmal so sagen, hey, weißt du, du machst das halt schon auch echt sehr gut. Du kannst zufrieden sein mit dem. Ja, genau. So, ähm, das ist das Gleiche, so als ich die eine Million Abonnenten geknackt habe, habe ich das unfassbar gefeiert und habe mich so sehr gefreut und dann haben halt auch Leute gesagt so, hey, wann willst du die zwei Millionen knacken? Ja, ja, ja. Und dann habe ich halt auch immer gesagt, Leute, so, ich verstehe und ich freue mich darüber, dass ihr das so, also so denkt, dass ich die zwei Millionen irgendwann erreichen werde, aber ich will jetzt erst mal diese Millionen genießen und nicht direkt, ja, jetzt weg, eine Million geschafft, zwei Millionen. So, ich will doch auch diesen, diesen Höhepunkt jetzt auch erst mal einfach entscheiden. Alter, voll wichtig, da haben wir wirklich auch vorhin drüber gesprochen, ähm, dass man, dass es total wichtig ist, also dass man sich nicht drin verliert irgendwie, sondern auch immer noch seine Vision auch in der Zukunft hat. Aber dass man auch die Sachen, die man geschafft hat oder die man auch gerade konstant schafft, was ja bei dir so ein bisschen zutrifft, dass man da auch mal innehält und auch mal stolz drauf ist und auch mal sagt, das ist gerade voll geil, wie ich das hab und das ist schon echt, also das ist schon so fast konkurrenzlos richtig geil. Weil wir können auch einfach auf diesem Level bleiben und wenn wir das jetzt ein, zwei Jahre weitermachen, ist das schon viel geiler, als wenn ich mich jetzt in verrückte Sachen verhaspel und dann stürzt alles vielleicht ein und dann wuschelt man sich da. Also nicht vielleicht ein bisschen disrespektvoll gegenüber, was das halt bedeutet, so diese Zahlen, das so zu erreichen, so viel Spaß, wie man hat, so es bedeutet mir ja wirklich sehr viel und ich glaube, man könnte sich darin echt verrennen, wenn man zu sehr versucht. Und ich, das ist eine sehr interessante Thematik, dass viele YouTuber, nachdem sie die erste Million erreicht haben, halt, ähm, auch dann Probleme hatten, wie es dann nach der Million weitergeht, so. Meinst du? Ja, gibt es viele, dass die nach... Ja, gibt es viele. Ja, schätzt das mal nicht, ne? Ja, aber du meinst, also wie meinst du das genau, also, dass die dann so waren, so, oh, also, was, was, ich muss da immer so irgendwie an Monte denken, der da mal irgendwann gesagt hat, so mäßig, dass er halt, äh, Twitch durchgespielt hat mit Bonus-Level oder so, und dass er dann so meistens so mäßig, dass die Leute dann so kein Ziel mehr haben oder, dass die dann nicht mehr wissen, wie, was die jetzt, dass sie das machen sollen, oder? Ja, so in die Richtung, also, dass es so... Man will unbedingt auf die Millionen, so, man grindet da drauf, zum Beispiel, und dann hast du das erreicht. Ja, vielleicht, ich glaube, es gibt viele auch so Beispiele, das ist genauso auch im Sport, wenn du den großen Titel erreicht hast. Ja. So, hey, wir haben jetzt Champions-League-Sieger geworden und du bist, keine Ahnung, du bist 26 als Fußballleiter zum Beispiel. Ja. Ja, aber es geht ja trotzdem noch die Karriere weiter, oder was willst du jetzt machen? Also, ja, hör auf, wenn es am schönsten ist, aber mit 26 als Beispiel ist jetzt ein bisschen früh. Dass man sich da trotzdem auch ein bisschen das Motivations-League halt hochhält, ohne, ähm, erstmal ein bisschen die Euphorie der Millionen. Wenn du jetzt die Euphorie des Meilensteins, dass der nicht, der kann schnell wieder auch abflachen. Da muss man sich ein bisschen halt auch low halten, so ein bisschen mal so auf dem Boden trotzdem bleiben. Und jetzt nicht direkt, okay, zwei Millionen, zwei Millionen, jetzt weiter. Ja, ich glaube, genau, die Falle vielleicht, in die man tappen kann, ist, dass man denkt, jetzt hab ich das erreicht, jetzt muss ich irgendwas ändern. Oder jetzt muss es ja noch krasser oder so werden, versteht ihr? So, ich glaube, so, dass du ein bisschen, wie du es meinst, ne? Ja, halt vor nicht auf Krampf, halt einfach so passieren müssen. Genau, genau, also das ist ja geil, wenn sich Sachen verbessern, das sollte schon overall irgendwie das Ziel sein, dass man nicht stagniert, so natürlich. Aber einfach den, so wie du es bisher die letzten zwei Jahre gemacht hast, um an diesen Punkt zu kommen, mach doch einfach so weiter. Ja, so, und dann wird sich, also so, ne, dieses, dass man nicht denkt, wenn man immer nur, wenn man immer nur sagt, ich steck mir jetzt noch das höhere Ziel und das muss ich jetzt erreichen und das und das und das. Da kommt man irgendwann wahrscheinlich zu dem Punkt, wo man sagt, ich hab jetzt Twitch durchgespielt und ich hab irgendwie keinen Spaß mehr da dran, weil ich kann mir jetzt gar kein höheres Ziel mehr irgendwie setzen, was ich irgendwie erreichen kann. Aber wenn man halt in diesem Mindset die ganze Zeit ist, dann gibt's irgendwie einen Punkt, wo dann irgendwann Schluss ist halt. Das wäre doch zum Beispiel schade, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt vorher nur Podcast halt nur mit Ton gemacht, ohne Video, dann macht ihr irgendwann Videopodcast und dann seid ihr irgendwann auf einer Bühne. Ja. Das wäre doch jetzt nicht cool, wenn ihr zum Beispiel denken würdet, okay, eine zweite Podcast-Tour auf der Bühne, naja, ist ja keine Steigerung, ist ja nicht krass. Genau. Sodass ihr so denkt, okay, wir müssen jetzt auf die Leinwand und nach da hin und so. Ja, genau. Ich sage nicht, dass man keine Entwicklung, dass man, nö, Entwicklung interessiert mich nicht, aber sie kann ja auch entspannen so. Ich glaube, das ist... Genau. Und so war's ja bei uns auch. Ja. Also die Entwicklung dann irgendwann von Ton oder mit Video kam ja einfach halt so organisch, dass man sagt, man macht mal ein Buch, kam organisch, dass man sagt, wir machen mal eine Tour, kam ja auch einfach so, ohne dass man das auf Krampf-Filme gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja, für die Hübelst. Ja, also wir haben da ja auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal so privat drüber gelabert. Also ich hab da auch letztens im Stream so irgendwie was erzählt, so in diese Richtung, als ich mit Hugo gestreamt hab, dass ich so... Manchmal so an so einem Punkt war, wo ich so das Gefühl hatte irgendwie, was voll unbegründet ist, so im Nachhinein, aber dass ich so an einem Punkt war, wo ich so dachte, so fuck, irgendwie hab ich Bock mehr Geld zu verdienen. Was so voll komisch ist, weil so... Du brauchst es ja nicht. Ja, es waren so Punkten, wo das, wo jetzt 10K mehr im Monat oder 20 oder so, null, also wo ich null Prozent ändern. So, hast du gerade so gemacht? Man sieht mich nicht, ich hab nichts gemacht. Ja, ja, was ist ja gerade so gemacht, so da hinten. Ähm, nee, aber so, ich hatte irgendwie das Bedürfnis so, irgendwie in allem, dass es so mehr irgendwie sein muss. Vor allen Dingen so, dass, weil Geld ist so diese, gar nicht jetzt mal unbedingt, damit ich jetzt mir irgendwie den Private Jet holen kann oder so, sondern einfach so mehr so, weil das ja so eine, so eine Metrik ist, die man mehr messen kann. Stell dir mal vor, du würdest einfach dir einen Privatjet holen. Ich glaube, das wird irgendwann mal ein bisschen. Nein, ich glaube, ja. Also, wenn du hier sitzt und uns so erzählst, also als ob ich jetzt so noch mehrmals immer so am Start bin, ich bin so das dritte Mitglied jetzt auf einmal, aber du erzählst so, ja. Also, ganz ehrlich, so ein Private Jet. Eigentlich, eigentlich muss es passieren irgendwann. Irgendwann wird er kommen und sagen, Dominik, ich hab da so auf so einer Party so einen getroffen, der hat da echt, der war so günstig da, der meinte, der kann mal günstig. So, Kevin richtig in die Pfanne hauen heute. Guck mal, überleg mal, wie schnell ich dann nach Berlin fliegen könnte, so. Da könnte ich richtig schnell hinfliegen. Bro, Leute, das würde sich voll lohnen. Ich könnte dadurch zwei Stunden länger streamen. Ja, ja. Leute, chill, 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 chill. Ja, ja. Ihr müsst checken. Genau. Das hört sich jetzt komisch an. Man, ihr geht in die Schule. Ihr geht in die Schule und, man, eure größten Probleme sind Vokabeltests. Man, ganz ehrlich, wenn ich zwei Stunden schneller und mehr streamen könnte, ihr werdet die Ersten im Chat schreiben würden, Pog, dass ich da bin. Bro, so red ich nicht. What the fuck? Ich wusste gerade nicht, wer hier redet, also. Kevin oder was? Das war crazy. Ne, aber was ich sagen wollte, ist ja so, ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal hier war und wir haben so privat, so haben wir so, gelabert und ich meinte zu dir so, einfach so, oder wir haben, glaube ich, telefoniert, irgendwie, ich glaube, ich war in L.A. oder so und wir haben WhatsApp-Sprachnotizen gemacht. Sorry, sorry, wie kann man so wenig Feingefühl haben, wenn man gerade fünf Minuten eine Brandrede hält, wie normal man geblieben ist und wie kann man so weitermachen, Kevin? Wirklich, nein. Also, at this point willst du es auch. Du warst auch in L.A., du bist da. Ja, aber, ja, aber ich sag's ja nicht. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das hat ja gerade für die Story 0% geendet, ob du in L.A. bist oder in Tebuktu. Du kannst ja mal sagen, du warst halt nicht in Deutschland oder so, aber, ja, also, ich, war, ich war in L.A., also, in Los Angeles. In Los Angeles, hab zu einem Bogen gemütet. City of Dreams. Ihr fangt mich weiter so ab, ist das krank. Beverly Hills, also, es war sehr teuer, das Haus, in dem ich war und da hab ich Basti dann angehört. Ich hab wirklich die zwei größten Abfucker hier gerade mit im Raum, Digga. Really talk, aber ich enjoy's ein bisschen, aber ich bin so der, das ist ja der anonyme Stream-Sniper, so ein bisschen, der so hinter der Kamera hocken kann und keiner sieht ihn. Ja, Mann. Ja, aber, also, ich war halt in L.A., Los Angeles, ne, also, vielleicht kennt ihr das, das ist so, ne ziemlich gute Stadt in Kalifornien. Warst du da jetzt so ein günstiges Hotel oder wo warst du da? Ne, ne, wir hatten schon eine krasse Wurze da. Ah, okay, okay. Okay, ja, gut ist ja. Ne, aber auf jeden Fall kann ich mich so dran erinnern, dass ich so, dass ich so halt dann so meinte so, ja, Bro, irgendwie, ich hab irgendwie das so voll, ich meinte auch zu dir so, irgendwie, das ist voll unbegründet, aber irgendwie hab ich so voll das Bedürfnis irgendwie so, mehr Cash zu machen oder so und es war so, es kommt manchmal so einmal im Jahr, dass ich dann so denke so, irgendwie, es müsste jetzt mehr sein oder so und ich weiß, dann haben wir, ey, ich weiß jetzt alles funny und so blablabla, aber ich weiß, dass wir dann auch so drüber gesprochen haben und dann hast du genau das erzählt, so, dass so dieses, also was weiß ich eigentlich ja schon in dem Moment, wo ich dir das so geschrieben habe, wusste, dass du das antwortest, aber ich wollte es trotzdem in dem Moment, muss ich das hören irgendwie, so, dann hast du halt auch so gesagt, so, dass man, dass es halt nicht immer wichtig ist, dass man halt noch eins höher, noch mal eins draufsetzt, ist, sondern einfach auf dem Level, wo wir gerade uns befinden, alle, ja, einfach das halten, Bro, weil, holy shit, also Real Talk, gerade wenn man sich anguckt, was du machst oder was wir machen, in dem, was wir machen, sind wir gefühlt, nicht gefühlt, in dem, was wir machen, sind wir eine der Besten in Deutschland, so, also Real Talk, ohne uns jetzt selber so, also guck mal, zum Beispiel, was du machst, ist, du bist der beste Minecraft-Channel in Deutschland, Bro, Real Talk. Bist du. Ich danke dir. Das würden unfassend viele Leute so sagen. Kerl, der liegt nicht so unter den Scheffel. Ja, ich. Möchte dich anhalten. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber so, ich meine, so, für was willst du jetzt noch, also, weißt du, wie willst du es noch, also, warum noch, noch auf Krampf noch sterben? Der größte, ja, keine Ahnung, das haben wir schon, also, das ist wieder eine Wiederholung, aber, um das zu verdeutlichen, das ist an, gerade bei dir, kann ich das total nachvollziehen, weil, der größte Flex ist da eigentlich jetzt nicht, das noch irgendwie zu, sich zu verwurschteln und das irgendwie auf Krampf zu versuchen, irgendwie krass zu machen, sondern der größte Flex ist einfach, das jetzt zu halten und einfach so konstant wie ein Verfick. Ich fühle mich hier schlecht, verfickt zu sagen, als ich hier gerade in Bastis drauf sitze, wie ein Uhrwerk, einfach durchzuziehen. Na, es ist auch so, ich sage nicht, dass man Angst haben sollte vor Veränderung oder so, das muss man halt irgendwie so unterscheiden, aber das, einfach Zufriedenheit, einfach wirklich den Moment genießen, so Zufriedenheit, einfach genieße das, was du erreicht hast, oh, jetzt ist es wirklich Zitat, aber genieße das, was du erreicht hast, genauso lange, wie du auch manchmal bereust vielleicht oder irgendwie dich danach sehnst, in einer anderen Position zu sein, weil wenn du nur, immer nur, oh ja, noch das oder das fehlt mir noch so, dass, du wirst auf lange Sicht, glaube ich, danach, also wirklich kaputt gehen. Ich musste gerade, weil wir jetzt gerade so denken, guck mal, jetzt ist so, wir sind jetzt gerade so an dem Peak so und alles ist, alles ist crazy und ich glaube, du hast so in dem, was du machst, so voll, voll so deine Mitte gefunden, sag ich jetzt mal so blöd, so, klingt ein bisschen esoterisch, aber so, du checkst, was ich meine, aber es war ja, äh, halt, es war ja nicht immer so, ne, also es gab ja auch diesen einen Gag, oh fuck, was hab ich da nochmal gesagt? Also, pass auf, ich merk mir sowas sehr gut, aufpassen. Also, es ging um eine schlechte Zeit, also Basti hatte mal weniger Views und ich hab gespeedrunt, also du hast gespeedrunt und zwar, ähm, dein Mario-Ding hier, ähm. Mario 64. Genau, und, ähm, da hab ich halt nur einen Clip gesehen und ich hab halt gesagt, weil du halt irgendwie abgefuckt warst, so, jo, da sind halt super viele rote Zahlen, wenn du halt, ne, jetzt keine PB-Zeit oder eine schlechtere Zeit hast, im Vergleich, dann sind die Zahlen rot, dann hab ich gesagt, oh, das sind aber viele rote Zahlen und dann hatte Kevin halt 2018 den Clip angeguckt und... Also, ich hab den Clip von Basti quasi dann auch wieder zugeschickt bekommen, ne? Ja, und dann hat halt Kevin zu mir gesagt, nachdem, also, nachdem ich, also ich hab davor mit Kevin darüber geredet, so, dass, oh boah, guck mal hier und so, ist jetzt grad nicht so geil alles, sagt er so, ja, mit roten Zahlen kennst du dich aus. Mhh. Weil die Views war so helle Shit, weil das war so, ich glaub, das war so nach Varro oder so und dann hat's so crazy abgeflacht oder so. Ja, also nach Varro, also Varro 2016, 2017 war schon noch so dann Peak, aber 2018 hat's dann halt abgeflacht, 2018 war, sag ich mal, die Zeit, in der die Minecraft-Nachfrage nicht so hoch war, sondern so Fortnite und so weiter. Und du hast auch nicht die Challenges gemacht, oder? Und du hast auch nicht die Challenges gemacht. Ich war noch halt sehr stuck im PvP, das ist so halt jetzt in Minecraft sozusagen, ja, halt ne extra separate Sparte, würd ich so sagen, also ich hab mich halt in Minecraft in nem kleineren Bereich nur ausgelebt, so. Ist ein bisschen nischiger, würd ich sagen. Ja, noch, also so, ich finde, das, was du jetzt machst, das könnte ich meiner Mom zeigen, die würde das wahrscheinlich einigermaßen checken. Ja, aber ich glaube, das ist das Zeichen, warum's auch besser funktioniert. Genau, und also. Ja, safe. Und so PvP, so. Es ist auch angenehmer zu schauen einfach. Ja, es ist. Also PvP, ich war halt nie krass drin, also eigentlich gar nicht. Fand ich auch einfach immer, es ist jetzt nicht sowas, was man sich so Turbo zum Chillen irgendwie, würd ich mir das nicht sagen. Genau, du hast halt nicht wirklich Minecraft gespielt, sondern halt so nen Modus in Minecraft. Ja, genau. Allerweil beschäftige ich mich halt mit der kompletten Oberfläche Minecraft und ich weiß halt, ich weiß halt alles über das Spiel, so, was mit Biom und hier und da Blöcke, wie kriegst du das und so. Aber das musstest du erstmal checken und 2018 warst du noch so ein bisschen in, warst du noch so in der, genau, Findungsphase. Ja, also ich hab halt, da war noch ein bisschen so, ey, das funktioniert so mit Waro, das war dann so mein Durchbruch, ein bisschen übertrieben jetzt gesagt, aber war es schon halt zu der Zeit, dass ich das auf jeden Fall vor Living dann halt machen konnte, dann wurde das alles ein bisschen ernster nach Waro 3, das war dann noch 2015 und ja, dann hat es aber auf jeden Fall abgeflacht, weil Minecraft nicht mehr so, das Interesse war nicht mehr so da, dann kam halt Fortnite und so weiter und ich war selber in so einer Findungsphase, das, ich glaube, Kevin kann sich auch noch sehr gut dran erinnern. Ja, Mann, ich glaube, also das, das wissen voll viele, glaube ich, nicht, aber das war wirklich so, ich glaube, du warst so auch so eins davor, ja, könnte man schon, also ich weiß nicht, wie krass du es jetzt selber empfindest, aber so, es war schon so in Überlegung, ob man sagt, man macht Minecraft weniger oder gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich muss ja überlegen, weil ich habe ja nur mitbekommen, es stagniert, es stagniert und so weiter und du kommst ja dann so ein bisschen, ja, hey, also ich muss mir halt vielleicht was einfallen lassen, ich kann jetzt nicht mehr so entspannt meine Runden darunter rocken und dann hat man halt ein bisschen überlegt, ein bisschen probiert und ich habe aber, sage ich mal, ich habe vielleicht so zwei, drei Wochen wirklich probiert, mal echt weniger Minecraft im Stream zu spielen, aber es hat mir nur nochmal die Bestätigung dafür gegeben, also entweder bin ich Content Creator mit Minecraft oder ich muss mir was anderes suchen. Okay. Also einen anderen Job meinst du, ne? Einen anderen Job. Ich habe auch, also das war so ernst, dass ich auch halt ernsthaft nach anderen Jobs und so gesucht habe, also. Okay. Weil das war so ein Punkt, ich konnte davon leben, trotzdem, es war jetzt nicht so, dass ich da halt, boah, ey, ich konnte mir meine Miete nicht mehr leisten, aber für mich war immer sehr wichtig, Content Creator würde ich nur sein, wenn ich, klingt vielleicht übertrieben, aber ich glaube, man kann es schon nachvollziehen, es war halt wirklich so, wenn ich halt noch mir einen Polster damit aufbauen kann. Klar, weil du gehst ja mit dem Beruf ein Risiko ein, du hast ja, wenn du jetzt quasi, sagen wir mal, 2500 Euro im Monat machst, aber du bist irgendwo angestellt in dem Job, wo du dann vielleicht auch eine Ausbildung hast, dann baust du dir ja quasi auch eine Zeit an Arbeitserfahrung auf, das hättest du ja nicht, wenn du jetzt danach wie Schreiner werden willst oder so, bist du ja bei null. Ja. Also musst du ja, also denke ich auch immer, du musst ja so ein Stück weiter schon denken quasi und dir einen kleinen Puffer aufbauen. Im Grunde wie jeder Selbstständige einfach. Ja, genau. Also das ist einfach genau das Thema. Für mich wäre die Selbstständigkeit nichts, also ich hätte mich dieses große Risiko Selbstständigkeit nicht getraut, wenn ich gerade so über die Runden komme. Das ist ja ein legit Point, glaube ich. Und da hätte ich halt dann einfach das Arbeitnehmerverhältnis mit Sicherheit lieber gehabt und das war halt so ein Punkt, dass man auf jeden Fall dann halt überlegt hatte. Also ein richtiger Knackpunkt bei dir. Ja, das war dann aber für mich so einfach so ein Ding. Ich habe dann halt realisiert, okay, Minecraft ist trotzdem nicht nur das, was mir am meisten Spaß macht, sondern auch das, was ich am besten kann und worin ich mich am besten halt auskenne. Und dann bin ich halt 2018 trotzdem bei Minecraft geblieben und das hat sich halt am Ende auch ausgezahlt und ich bin am Ende auch sehr, sehr froh, weil, das klingt lächerlich, aber meine Minecraft-Kredibilität halt noch ein bisschen weiter steigert und ich halt sagen kann, hey, ich war halt auch da bei diesem Spiel, als es halt unten war. Und bin jetzt nicht nur, nachdem es 2020, dass es jetzt nicht 2020 für mich interessant wurde, als es halt dann wieder aufgepoppt ist. Checke, checke, checke. Ja, das... Aber der Prozess, ich meine, war das dann einfach, dass du rumprobiert hast und dann von PvP wegzukommen und dann hast du gemerkt, oh... Es ist eine lustige Story, das ist halt eine lustige Story, weil ich halt 2018 PvP logischerweise immer wieder auf Servern, Multiplayer-mäßig gespielt habe und ich hatte Internet-Probleme. Ich hatte Internet-Probleme und ich habe so geleckt. No way. Und ich hatte halt so 200, 300 ms, ich habe gesagt, Leute, ich kann nichts mehr streamen. Das war am Anfang vom Stream so eine halbe Stunde, ich konnte keine Runde spielen. Habe ich gesagt, lass uns einfach mal im Singleplayer gehen. No way. Und dann habe ich halt gesagt, ey, lass doch mal probieren, Minecraft durchzuspielen und wir machen einfach mal eine Einschränkung. Habe ich halt damals ein Video gesehen, wie jemand halt ohne Crafting-Table Minecraft durchgespielt hat und ich habe gesagt, ich hatte ja damals noch keine Ahnung, es war damals die Neurelease der 1.13, habe seit Jahren kein Vanilla-normales-Survival-Minecraft gespielt. Muss man vielleicht auch dazu sagen, um dich kurz zu unterbrechen, so Minecraft-PVP spielte man ja auch nicht in der aktuellen Version, sondern in der ultra alten 1.8.9, keine Ahnung, war die 2014 oder so. Weil da war irgendwas cooler mit dem irgendwas. Wann kam die raus, Bro? Wann kam die raus? 2014. 2014. Also das ist eine fünf Jahre, vier Jahre alte Version, die du halt da gezahlt hast zu dem Zeitpunkt. Und du hattest ja gar keinen Grund, um die aktuelle abzumachen. Das war halt ein gutes Timing, das war das Release der 1.13, ich will gar nicht zu tief in die Minecraft-Materie, aber da hat sich das Spiel schon optisch sehr krass verändert. Das war halt sehr interessant, das waren gute Änderungen im Spiel drin, dass man es jetzt auf jeden Fall anfängt, richtig zu spielen. Und ich hab das halt gemacht und hab dann einfach nichts dabei gedacht, hab dann halt noch ein Highlight dazu hochgeladen, hatte im Stream sehr viel Spaß und hab einfach gesagt, ey, lass uns doch das weitermachen. Ja. Und das hab ich dann halt so gemacht und dann kam halt so, ohne Crafting Table, dann kam auf einmal das nächste Challenge halt ohne Falsch haben. Und weil ich halt schon immer damals durch PvP halt auch kompetitiv halt immer stark sein wollte oder was Skill-mäßig machen wollte, hab ich dann auch den Skill-Faktor in dieser Sache auch gefunden und es war halt irgendwie angenehmer. Ich war für mich allein, ich war der Alleinunterhalter, ich war nicht abhängig von irgendwelchen anderen Leuten, es gab keine Stream-Sniper, es war alles so entspannt. Und das hat mir dann so gezeigt, hey, du spielst seit Jahren das richtige Spiel, aber irgendwie die falsche Sparte und das... Ja, ja. Also ich lieb trotzdem Minecraft-PVP. Ich spiel's jetzt momentan auch mal wieder, so ein bisschen Nostalgie-mäßig, aber... So, man sieht jetzt auch aktuell, die PvP-Szene ist in Minecraft im Vergleich zu Survivor und so nicht mehr existent. Okay. Und super toxic und super vercheatet und so und das ist halt... Das ist halt auch noch ein Ding, ne? Du hast halt jetzt nicht irgendwie Stream-Sniper, die dann reincheaten und du hast ja schon so Abfucker. Ja, wie du meinst, du machst deine Regeln, du machst dein Ding da. Ja, und das war halt so, ich hab so... Voll geil. Und ich kannte das ja von früher, ich hab dann halt auch damals, 2017, 2018, da hab ich halt auch schon ja full-time das alles gemacht. Ich hab mich dann halt vorm Stream halt hingesetzt, hab halt PvP-Runden aufgenommen. Und ich kannte das ja schon damals, wenn du drei, vier Versuche brauchst, wo du die ersten drei Runden zum Beispiel nicht gewonnen hast oder ein nicht gutes Gameplay hattest. Ich war dann auf einmal in der Situation, es ist voll egal, ob ich jetzt halt diese Challenge direkt schaffe, es ist auch unterhaltsam, first try. So, es ist alles first try meistens schon drin gewesen, aber dann hat sich halt mit der Zeit, mit den Jahren der Skill-Faktor auch im Survivor entwickelt, dass ich jetzt halt auch nicht mehr sagen würde, hey, okay, es war jetzt kein guter Try, lautet ich trotzdem einfach hoch. Aber, ähm... Finde ich eine geile Story. Ja, es ist halt... Ich dachte nicht, dass das so das coole schlummert. Aber da haben wir es wieder so, wenn man halt so... Geil. ...auf so spontan entstehen halt immer die geilsten Sachen, ne? Also so, die Sachen kann man halt nicht so richtig planen, so. Es kommt halt dann... Ja, das kam, es ist einfach passiert. Ja, voll. Wegen scheiß Internet. Was wäre der Plan gewesen, hättest du jetzt... Wie viele Viewer hattest du, 300 Viewer oder so? Es war schon... Low, es war so wirklich 300, 400. Ich hatte trotzdem auf YouTube schon noch halt Views, das war schon noch in Ordnung. Ich hatte damals dann auch auf YouTube halt auch Ausbildung. Ich hab zum Beispiel die allerlängste Pause mal gehabt, dass ich mal fünf Wochen kein Video auf dem Main-Channel hochgeladen habe, weil ich dann damals so filmmäßig was machen wollte. Weil ich dachte so, okay, jetzt muss qualitätsmäßig... So Herr Bergmann-mäßig? Ja, so, dass ich gedacht habe, okay, ja, ich muss jetzt irgendwie das... Ich muss was Neues, so, was kann man machen und so? Ja. War auch nicht, aber für mich sind das halt wichtige Erfahrungen, zu wissen, wie sich das angefühlt hatte, so, was könnte ich machen, so diese fast schon Verzweiflung oder auch diese 300 Viewer. Also, ich weiß halt ganz genau, wie sich das anfühlt, heutzutage noch mit viel mehr Zuschauern zu wissen, Alter, 2018 saßt du hier in demselben Zimmer und hast dir halt so gewünscht oder warst so dankbar für jeden einzelnen Sub oder hast Leuten wirklich Danke von Herzen gesagt, dass ihr noch Interesse habt an Minecraft. Und deswegen erklärt sich das auch nochmal so ein bisschen, diese Zufriedenheit mit der aktuellen Situation, wenn du halt im Nachhinein diese Negativerfahrung mit 2018 würde ich gar nicht als Negativerfahrung sehen, weil es ja gut gegangen ist, wenn es jetzt halt nach hinten losgegangen wäre und die Selbstständigkeit damit am Nagel gehangen wäre, dann okay, dann würde ich jetzt auch mal was drüber reden. Aber für mich ist es ein krasses Learning gewesen und ich habe daraus halt am Ende meine Lehre so gezogen, noch mehr die Situation, in der ich jetzt bin, noch mehr wertschätzen zu können. Ich glaube, es ist ein bisschen so auf andere Art und Weise, aber ein bisschen mit dieser Vlog-Phase im vorletzten Jahr bei mir zu vergleichen, wo ich ja auch so was ganz anderes gemacht habe und mal eine ganz andere Seite gesehen habe und auch mal gesehen habe, wie nach, ich glaube, seit Corona angefangen hat und auch schon davor, es war so ein konstantes Auf nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, also zahlenmäßig. Ja, das haben wir damals länger geredet. Man darf ja nicht vergessen, Covid, die Leute waren alle zu Hause, Bro, jeder hatte Double Screen Time, die Zahlen waren nicht realistisch, die waren komplett aufgeblasen. Bro, es war normal, dass einfach Streamer Monte hatte irgendwie 60k oder so am Average, Alter. Trimix hatte 30k am Average. Und ich hatte auch irgendwie 20k. Das waren einfach komplett aufgeblasene Zahlen. Es hatten doppelte Anzahl an Leuten, die haben einfach täglich Twitch geguckt und YouTube und alles. Und dann gab es halt so ein Boom, alles ist eingestürzt. Leute, alles wieder zurück, also war ja auch geil zum Glück, aber alles wieder zurück zu normal. Leute sind nochmal arbeiten gegangen, Schule, bla bla. Und dann halt diese Vlog-Phase und ich glaube, dadurch, dass es halt so alles so ein bisschen mal so ein bisschen, ja auch mal so ein bisschen schlechter lief, sag ich mal einfach auf gut Deutsch, ich glaube, das hat einen so voll so ein bisschen so gehandelt und mal so realisieren lassen, so was man hier überhaupt hat und dass man das nochmal so wirklich wertschätzt. Voll, das habe ich damals zu dir auch gesagt, weil bei dir war deine Karriere bis zu dem Zeitpunkt ein dauerhaftes Ansteigen. Es ging nur weiter nach vorne, wirklich. Es ging nur nach oben, weiter und weiter. Ich glaube, das ist halt auch echt einfach gut, dass du die Erfahrung gemacht hast. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mich wieder, also ohne, dass es jetzt so abgehoben klingen soll, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich wieder da drin befinde. Ja, ich auch. Ich habe das Gefühl, dass es, ich habe das Gefühl, dass es, bro, überleg mal, 2023, also 2023 war ja so dumm, viel, was passiert ist, bro. Viel, was wir auch zusammen erlebt haben, aber auch viel, was bei mir einfach alleine abgegangen ist. Oder auch mit Dominik, also so die ganzen Tour, Edeltalk-Sachen, die wir gemacht haben. Alleine, wenn man sich überlegt, nur die Podcast-Gäste, bro, sind ja so dumm crazy geworden einfach alles. Und so, Bruder, ich war irgendwie bei Late Night Berlin, das sind so Sachen, die habe ich alle noch gar nicht verarbeitet, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder, und auch zahlenmäßig, dass ich schon wieder in so einem Es geht nur nach oben und so Ding komme. Und ich habe ein bisschen immer Angst, dass ich da vielleicht nochmal, dass nochmal der Punkt kommt irgendwann, wo das dann so, wo das Kartenhaus so, vielleicht nicht einstürzt, aber ich sag mal, wo so die, so ein bisschen brökelt. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch so, ich glaube auch wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich wird das kommen, aber es muss ja gar nicht so dramatisch sein, weißt du, es muss ja gar nicht so eine Sinnkrise werden, weil das war ja, mit der Vlog-Phase war ja schon sehr extrem so. Und auch wie die geendet ist, war auch extrem, also du bist von einem ins andere irgendwie und dann halt back to Twitch und dann konntest du da wieder ein bisschen deine Ruhe so finden und deinen Rhythmus und so, ne? Von deiner Lockerheit. Du bist super locker und das ist das Erfolgsding. Ah, Tim hat gerade hinter der Kamera so diesen hier gemacht. Achso, da ist geschüttelt. Achso, achso, achso. Weil was ich halt bei dir merke, du hast einfach eine unfassbare Konstanz gefunden, in der du dich total wohlfühlst und alles passt und so kannst du jetzt wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegen würdest, würdest du nicht die 10 Jahre voll machen, würdest du die 20 Jahre voll machen, keine Ahnung, ja klar, außer, was weiß ich, was halt sonst so privat passiert irgendwie, aber so an sich gibt es jetzt nicht, dass du sagst, ey, ich schaffe noch die zwei Jahre, aber ich bin gerade auf dem Zahnfleisch, sondern du bist gerade so, mein Gott, also ich mache ja mein Ding, so, ne? Kevin wiederum ist ein Charakter, der das nicht kann, der immer mehr ins Extreme muss, ins Extrem muss, ins Extrem muss, bis es dann so, bis man so am Burnout ein bisschen schnuppert und dann mal, sagt man mal ein, zwei Wochen, oh, mal ein bisschen, und dann geht das wieder, 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 und dann so, und dann alle drei, vier Cycles gibt es halt einen großen Cycle, wo dann eine große Break oder eine große Pause oder so, das ist halt dein Rhythmus irgendwie, ne? Ja, ich glaube, also ich habe ja Therapie, habe ich ja schon einmal drüber gesprochen, aber das hat mir auf jeden Fall da auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen so die, dass so die Stärke von der, von, also, dass ich, wenn es irgendwas Krasses gibt, dass ich das dann nicht zu krass empfinde, damit es dann, wenn es scheiße ist, nicht zu scheiße empfinde und umgekehrt, wenn es mega scheiße ist, dass ich das dann ein bisschen besser einordnen kann. Also ich glaube, dass so, der Ausschlag von den Gefühlen ist ein bisschen so gedämpft worden. Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass das geholfen wird. Äh, das ist auf jeden Fall ganz geil. Bro, aber wer, also das ist ja so ein, so business-wise, würdest du sagen, ist das Ziel, auf dem Level zu bleiben. Hast du so private Sachen, die du noch so, wo du sagen würdest, also einfach so private Ziele, gibt es irgendwas, was du so erreichen würdest privat gerne, was so ein Traum ist oder so? Auf jeden Fall, also das ist, habe ich auch schon häufiger so erzählt, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall umziehen möchte. Also das ist jetzt... Wie lange, also ich weiß nicht, ob es public ist, aber wie lange wohnst du schon in einer Wohnung? Ähm, in dieser Wohnung? In einer Wohnung, in dieser Wohnung lebe ich. Mann, bist du auch so auf so Fußspitzen hier bei jeder Formulierung. Ja, in einer Wohnung, als jetzt vorher so draußen unter der Brücke gewohnt. Ich wohne hier seit sieben Jahren. Crazy. In dieser Wohnung seit sieben Jahren und das ist so meine... Okay. In diesem Zimmer, in dem wir uns gerade befinden, habe ich halt alles so durchlebt und das ist so meine Arbeitswerkstatt und ich hänge auch daran, aber für mich ist diese Wohnung primär einfach arbeiten. So ist es für mich mit Arbeit verbunden und es wird auch halt, wenn ich dann umziehen sollte, ähm, auch mit Arbeit sehr viel verbunden sein, aber es ist nochmal so ein so ein anderer Step, so, ähm, auf den ich mich einfach sehr, sehr freue. Und das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, aber ja, ich sage auch ehrlich so, also private Ziele habe ich mir auch trotzdem auch schon in der Streamingzeit erfüllt. Das war letztes Jahr, als ich halt wirklich nach Finnland so den Urlaub hatte mit meiner Freundin, das war für mich ein Kindheitstraum, wirklich. Ich wollte immer schon als kleines Kind immer nach Finnland, das war immer so, ich wollte immer nach Finnland. Wo kommt das her? Ist ja ziemlich random. Ja, schon, weil wir sind früher immer nach Skandinavien gefahren, deswegen, also immer, wir sind immer früher mit dem Wohnwagen campen gefahren und das war immer so Abenteuer, nie was vorher reserviert, wir waren dann zwei Wochen in den Sommerferien immer oder drei Wochen, aber nie drei Wochen. So mit Eltern oder wie? Mit meinen Eltern und meiner Schwester und dann halt nie drei Wochen jetzt nur auf dem einen Campingplatz, sondern einfach nur der Anfangscampingplatz und die Fähre, meinetwegen, das ist gebucht und alles andere sehen wir dann. So wir sind dann einfach so, wenn es uns hier gefällt, bleiben wir eine Nacht. Wenn es uns noch mehr, noch eine Nacht, aber dann fahren wir weiter und dann halt so ein bisschen Abenteuer, Roadtrip mit den Eltern. So ich war halt acht oder neun, aber das hat halt so krass bleibende Eindrücke hinterlassen. Bleibende Schäden. Nein, aber und das war dann halt immer, weil wir dann immer unterwegs waren, Dänemark, Schweden, Norwegen und so, war für mich immer so interessant, boah, Finnland, so, irgendwie interessiert mich Finnland sehr und ja, das ist dann so. Und das ist jetzt erfüllt. Ja, so ein Kindheitstraum und den haben wir uns letztes Jahr halt erfüllt und dann sind wir auch noch ins Baltikum, also nach Estland und so auch noch und es war sehr, sehr schön und ich verbinde damit so krass positive Sachen, dass mich das wirklich richtig glücklich macht, wenn ich nur daran denke. So, das war, aber das ist so, das ist halt das, was ich meine. Ich freue mich voll darüber über diesen, ich denke immer noch sehr positiv über diesen Urlaub. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nie wieder in Urlaub fahre, aber ich nehme immer noch aus diesem einen Urlaub, weil es für mich halt was Besonderes ist, Urlaub zu machen, nehme ich mir immer noch so viel Kraft und das ist für mich, das zeigt mir, dass ich irgendwie was richtig mache. War das der erste Urlaub seit einer längeren Zeit oder versuchst du so einmal im Jahr irgendwie das reinzunehmen? Doch, also wir fahren schon jedes Jahr weg, aber das war immer so ein bisschen weiter weg, also sonst sind wir halt mal jetzt so Dänemark in die Nordsee oder so oder mal, ja, halt auch mal in Deutschland in die Ostsee oder so oder auch mal nach Polen. Zum Tanken. Nee, Polen. Zum Kippen kaufen, war ja, komm. Urlaub. Das wäre der krasseste Plot, wenn du so ein Kettenraucher wirst. Ja, das ist, ich will nur ganz kurz sagen, also Polen kannst du sehr schön Urlaub machen, also gerade so Danzig oder so. Ich glaube auch Skifahren und Tschechien auch. Ja? Ja, ja, also ich weiß nicht, ob Polen, aber in Tschechien zum Beispiel kannst du unfassbar günstig, ich weiß nicht, ich glaube so von der Quali des Skigebiets ist es ein slightly bisschen weniger als jetzt Österreich oder Schweiz, aber ich glaube, wenn du so on the Budget bist und du willst zum Beispiel einen Winterurlaub machen, ist Tschechien auf jeden Fall der Play. Weil du hast trotzdem halt Skigebiete, nicht so jetzt wie so, es gibt ja auch in Deutschland so diesen... Feldberg. Ja, genau, wo du dann so eine Piste hast, das ist ja auch low. Du hast da schon richtige Skigebiete, wie gesagt, ich glaube, es ist alles nur so ein bisschen, wie sagen wir das, spartanischer, ist das Wort, ja? Also so ein bisschen so rustikaler, sag ich mal so. Ja. Aber das würde ich nicht nur on the Budget machen, das würde ich generell dann machen. Ja, ich würde es gar nicht so reduzieren auf so Tschechien oder so Prag, so un... Oh, Prag, okay, Prag ist crazy. Aber ich sage nur, du kannst in Prag zum Beispiel günstig Urlaub machen. Aber es ist halt eine kulturell unfassbar interessante Stadt. Prag ist das... Ja, das finde ich schade. Ich war leider in dieser Ecke noch gar nicht unterwegs. Das muss ich auf jeden Fall nachholen, Mann. Ich war mal in, äh, die nehmen das nur in Prag nicht so ganz so ernst mit so, dass man 18 sein muss für Club, habe ich das Gefühl. Weil, also, ich war halt einmal in Prag zu meiner Klassenfahrt und da waren wir halt alle so 16, 17 oder so. Und dann gibt es da, ich gebe da in Prag den größten Club Europas. Ich weiß leider den Namen nicht, aber Leute, die da schon mal waren, die kennen, das ist so ein, die ist über crazy und ich verstehe nicht, warum es das nicht auch irgendwo anders gibt. Das ist halt so ein Club mit so fünf, sechs Etagen, Bro. In jedem läuft irgendwas anderes an Mucke. Und das ist teilweise ein Floor zum Beispiel, der hatte dann so Mainstream-Popmusik oder so. Und das war so voll geil, so vom Optischen her auch. Das war so wie so eine Art Schwimmbad, was aber leer war. Also stelle ich vor, einfach ein Pool, der halt nicht gefüllt ist mit Wasser. Und da drin war der Club. Und dann gab es eine Etage, Bro, da war alles aus Eis, es war eine Eisbar. Dann gab es eine Etage, die war halt so mit so 80er Rock oder so. Das klingt so wild. Das klingt aber auch nach einer Sache, in die es pleite geht. Das könnte ein bisschen so ein Traum auch sein, oder? Es klingt ein bisschen wie so ein Club in GTA, finde ich. Aber so, und da sind wir halt reingekommen, einfach so mit 16. Und wir haben uns halt damals so gedacht, okay, wir haben das halt mega gut executet und die dachten wahrscheinlich, dass wir 18 waren. Bruder, Arschlecken, wir waren alle 17 oder so. Niemals dachten die, dass wir 18 sind, Bro. Die dachten halt schön, die Touris konnten da rein, die werden ein bisschen Geld da lassen. Ja, voll. Da schauen wir mal mit Freunden irgendwo anders hin, ne? Voll. Warst du jemals in einem Club in deinem Leben? Ich war noch nie in einem Club. Nee. Ich war in einem Club einmal halt für ein Konzert, aber halt nicht. Nicht Club, Club, Club. Nicht Club, Club, naja. Okay. Würdest du das mal machen mit uns? Lass wir dich mal hinschleifen. Bro, wenn du hundertprozentig wüsstest, du wirst nicht, also du wirst nicht irgendwie geleakt oder so. Bro, das ist ja so sick. Ich verstehe, ich würde es, glaube ich, also halt euch zuliebe machen, aber du könntest mich damit, du könntest mich damit, es ist überhaupt kein Interesse da. Überhaupt nicht. Aber woher weißt du das, wenn du das noch nie gemacht hast? Ja, verstehe ich voll. Gut, ich meine, er kann es sich ja vorstellen, also man hat es vielleicht mal irgendwo gesehen in dem Vlog oder so. Ich glaube, dass einerseits einfach die Zeit für mich, dass das halt einfach so abgelaufen ist so ein bisschen. Ich habe da jetzt echt nicht so Interesse dran. Verstehe ich auf jeden Fall, ja. Dazu kommt, dass ich halt einfach keinen Alkohol trinke, ist die nächste Streak so. Dass ich halt überhaupt, also komplett auf Drogen verzichte so. Komplett? Komplett, komplett. Kein Koks? Weil das ist trisch. Koks schon, oder? What the fuck? Du guckst aber schon, oder? Ob du nicht kokst, oder? Also what the fuck? Nee, das letzte Mal ein Bier habe ich damals auf der Kursfahrt Deutsch in Weimar getrunken, in der 10. Klasse. Das klingt so scheiße. Das ist crazy. Das letzte Bier, das klingt seit so zwei Jahren so Alkoholiker gewesen, Bro. Trocken seit der 10. Klasse. So irgendein Mischbier, aber. Nee, und feiern Club so. Ich nehme mir halt, ich weiß nicht. Ich glaube, was für manche Leute halt so ein Club ist, ist für mich halt ein geiler Stream. Das ist wild. Nein, aber ich, also, checkst du was. Also guck mal, ich bin jetzt. Das, was für andere Leute der Club ist, ist für mich der Koma-HD-Sterne. Also das war auch bei mir früher schon so, ich wusste halt ganz genau, was ich will. Und ich war mir dann auch damals nicht zu schade oder so, zu sagen, Alter, ich hab da keinen Bock. Ich bin da nicht der Mitläufer, dass ich dann sage, boah, ja, ich muss eigentlich mit hingehen, sondern nee, so Leute, macht halt euer Ding. Ich hab meinen Plan, ich will das halt jetzt gerade machen. Das ist geil, finde ich geil. Das ist halt so weit gegangen, dass ich auch zum Beispiel, weil ich hab ja gesagt, dass ich halt auch während Schulzeit halt gestreamt hab, daily, und das halt auch schon da dedicated, halt fulltime so genommen habe, dass ich halt auch zum Beispiel an meinem Abi-Ball, ich bin als Einziger aus meinem ganzen Jahrgang nicht zum Abi-Ball gegangen, weil ich gestreamt hab. Ach, okay, das ist wild. Das ist crazy, bro. Aber ich verstehe, dass Leute sagen so, bro, das ist doch irgendwo eine Grenze. Aber da muss ich halt ausholen, dass es dazu eine Story gibt, dass für mich mein Abi oder meine Schulzeit insofern ein bisschen an die Wand gefahren ist oder gescheitert ist, weil ich halt ganz andere Ambitionen hatte oder ganz andere Ziele hatte, weil, also, mein Abi-Schnitt war jetzt am Ende nicht so geil und ich hab's auch gerade... Sagst du den? 2,9. Also, soll jetzt gar nicht runterreden, seid stolz auf euren Abi-Schnitt, soll jetzt nichts heißen, so 2,9 ist nichts wert. Ich hab 3,2, soll ich auch stolz drauf sein? Bei mir geht's... Komm, sag ihm. Nee, sag ihm, was ich... Aber? Bad Württemberg. Bei mir... Was bei euch ungefähr eine Eins wäre. Das macht keinen Unterschied. Ich hab... Das ist ja... Tell him, tell him. Also, ich weiß, damit mach ich mir jetzt halt Feinde, aber, also, es ist so, dass... Ich halt... Alle in die Kommentare. Wir haben damals als Klausuren immer Arbeiten aus verschiedensten Bundesländern geschrieben, aus den Vorjahren, immer zur Probe. Und es ist... Bad Württemberg war sehr schwer. Ja, da hab ich nie, da hab ich geschwänzt so, nee, aber... Nee, die waren für mich damals, in meiner Wahrnehmung ist ja schon ein paar Jahre her, nie schwieriger und es war halt trotzdem immer derselbe... Also, AFB 1 bis 3 war halt wirklich dasselbe abgefragt. Ich sag auch, ich würde... Was, AFB? Aufgabenbereich. Achso. Kennt der nicht, weißt du? Ja, kennt der nicht, aber hier einer auf dicke Ohrse noch, Bad Württemberg oder was. Ich sage, ich hätte... Warte mal, dann hab ich im Raum von uns den besten Abischnitt, ne? Du weißt doch nicht, was sie bei dir haben. Was habt ihr, Jungs, hinter der Kamera? Tim Miguel, was habt ihr? Okay, Tim, sag nicht. 2A. Ich glaub, 2A oder so. Du guckst dir nicht das Abiturzeugnis oder das Zeugnis deiner Mitarbeiter an. Nee, ist mir scheißegal. Aber polizeiliches Führungszeugnis, hoffentlich. Ich will, dass meine Mitarbeiter beide geil aussehen und das tun die und dann hab ich gesagt, komm. Ich will, dass die Mitarbeiter viel ficken und das machen die beide. Nee, ich will nur ganz kurz, dass man es nicht falsch versteht. Ich finde, das Wort ficken in Bastis Raum zu sagen, ist irgendwie illegal. Ja, aber ich hab mich jetzt dran gewöhnt. Es geht nur darum, so der NC ist jetzt, also wenn du dein Abi geschafft hast, sei stolz darauf. Das sind wir bei dem Thema. Es geht nur darum, dass ich halt ganz knapp das nicht geschafft, also ich hab's ganz knapp geschafft, weil ich halt kurz vor dem 5. Ausfall war und auch zum Beispiel damals mit meiner Oberstufen-Koordinatorin halt ein Einzelgespräch hatte, die war zeitgleich auch meine Physiklehrerin, Physikleistenskurs und ich hätte dort meinen 5. Ausfall bekommen. Bei 5 Ausfällen schaffst du dein Abitur nicht. Ausfall meinst du unterpunktet? Genau, unter 5 Punkte. Kannst du kurz sagen, in welchen Fächern du das hattest? Mathe und Physik. Aber 5, wo ist der 5? Naja, aber jedes Halbjahr einmal. Ja, ich hatte also 4 Halbjahre und ich hab halt Mathe im ersten Halbjahr dann einen Ausfall gehabt auf dem Zeugnis und dann halt Physik, Physik, Mathe, Leistenskurs war für mich halt eine falsche Entscheidung. Ist das gleich die schlechte Mathe? Nein. Aber? Aber das ist ein Ausfall, Bro, also doch, oder? Ja, das stimmt schon. Das ist Schulmathe halt. Schulmathe, ich bin unfassbar stark im Kopfrechen und sowas halt, aber frag mich jetzt nichts. Ich war so gerade, aber ich dachte, nein, es ist zu billig. 3 plus 2. 7. Gut. Radburg war ab, ich sehr gut. Naja, aber ich wollte nur sagen, dass es bei mir halt darum ging, es war halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin damals halt so Gymnasium, ich hab mir vorgestellt, so, yo, ich muss krass abliefern, so krass einen Schnitt. Mit meiner Schwester, meine größere Schwester hat die achte Klasse so übersprungen, war so übertrieben krass und so. Oh, shit. Die ist halt unfassbar vorbildlich, so immer Einser-Schnitt und ich hab so gedacht, okay, jetzt zieh ich auch so, ja, ich mach das auch. Und dann hab ich's nicht so hinbekommen. Und deswegen ist meine Schulaufbauung so ein bisschen so, boah, hab ich irgendwie mir anders vorgestellt. Ich wollte so eigentlich einen Einser-Schnitt schaffen und so. Und deswegen war, dann war für mich das einstellende Ding, okay, ich hab das nicht so richtig geschafft. Jetzt diese eine Chance, die ich jetzt habe mit Selbstständigkeit, Streaming und YouTube, das packe ich jetzt mit einem anderen Enthusiasmus an. Gab's denn eine Sache, die du, abgesehen von diesem Streaming-Ding, als das noch nur so eine vage Idee war, gesagt hast, ich würde gerne das studieren oder ich würde gerne diese Ausbildung machen? Oder hast du es tatsächlich gemacht? Ich weiß es bei dir gar nicht, ob es überhaupt hafflich ist. Nee, nee, ich hab halt, mein Plan war eigentlich, nach dem Abi, so, ich hab dann halt gestreamt, ich hab gedacht, ich probier mal, ich leg mir was zur Seite, ich spare mir was zusammen fürs Studium oder so. Damals wär's irgendwie gewesen, halt, irgendwas Designmäßiges wahrscheinlich, Kommunikationsdesign oder whatever. Mediendesign würde ich halt jetzt nicht mehr studieren. Ich würde dich auch als Tierarzt oder so sehen, ehrlich gesagt. Das ist ein Kompliment, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich find auch, Tierarzt ist ein richtig netter Beruf. Doch, Real Talk, du wärst richtig geiler Tierarzt. Danke dir. Sagst du, was macht der Gaul heute? Hier mal Spritze. Müssen wir einschläfer, der Ding. Einfach so, jedes Tier, der Ding ist mal einschläfer. Was machen sie denn, sie schläfern nur die Tiere eine ganze Zeit? Ja, jeder hat ein bisschen Stufen, ja, einschläfer, weg damit. Nein, das ist ganz voll schlimm, Mann. Ja, genau, also halt einfach nur was zur Seite legen, irgendwie so fürs Studium, aber dann wurde's halt immer mehr und mehr und dann bin ich jetzt immer noch im Geh. Und jetzt fragt dich dein Bankberater, ob es dein Kontostand ist oder deine I-Bahn. Das muss ich halt auch nochmal so erklären. Bereust du es, dass du das jemals erzählt hast, die Story? Ja, auf jeden Fall, weil sehr viele Leute das, also Leute halt sich Sachen ausmalen, das ist ja auch eine Story, die zu einem Kontostand gesagt werden kann. Also die ist wirklich passiert, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, welcher Kontostand beginnt mit DE? Der Witz von dem Berater macht ja schon gar keine Sinn. Nein, es geht einfach nur um die Länge halt, sodass es halt... Ja, aber trotzdem fick den mal. Ja. Ähm. Ja? Ich gucke mich grad an, das ist so, ja? Unkorrekt. Ich sag dir... Das sagt man auch nicht. Wie unangenehm für dich, wenn ich da in dem Moment da... Ah, der ist über Telefon gesagt? Nein, ich stand halt vor ihm. Nee, also da hätte ich gesagt, ich wechste vor die Bank, schmeiß den raus. Sorry, das geht nicht. Ja, es ist halt so und es ging halt... So indiskret, das sind vielleicht noch Leute da. Ja, das ist ja auch das, was ich in diesem Clip gesagt habe. So mehr darum ging's nicht. Also ich, für mich war dieser Spruch, hey, das ist halt ein langer Kontostand, ist einfach nur, dass er halt... Okay, sie sind erfolgreich. So, sie sind halt, sie haben einen erfolgreichen Kontostand. Scheiß mal drauf, welche Zahl da jetzt steht. So mäßig. Erfolgreiche Kontostand. Der hat schon mal auch davor was gesagt, das war halt... Deswegen geht's um genau diesen Typen, der hat mal gesagt, oh, der guckt sich mein Perso an, weil ich den halt da hingehen musste. Ja. So jung und schon so erfolgreich. Schön. So, dann denk ich mir auch so, ich will diskret behandelt werden. Also vielleicht bin ich da nochmal extra, aber bei einer Bank... Bro, bei der Bank ist... Nee, denk ich schon. Oder der soll einfach sein, wenn du jetzt eine Überweisung oder warum auch immer du da warst, keine Ahnung, oder ein neues Konto aufmachen oder whatever. Ich denke, der soll einfach dich so behandeln wie jeden anderen. Ich will da nicht irgendeinen Comment haben zu dem, was da auf dem Konto ist, Bro. Weil, also ich meine, das geht ja auch niemandem was an. Voll. Ich musste mal bei der Bank, als ich mal eine Frage hatte, sollte ich hinter den Schalter kommen und musste selber an dem PC mich einloggen in mein Online-Banking. Basti, ich sag dir ehrlich, vielleicht sollst du die Bank wechseln. Also das ist langsam ein bisschen... Bist du bei Onka-Bunker-Bank... 9000? 9000, ja, genau. Onka-Bunker-Bank? Würde ich jetzt halt nicht sagen, aber kann ich euch dann was sagen. Ja, ja. Blinz mal, wenn du bei Onka-Bunker-Bank bist. Erbiss ich nicht. Ach, scheiße, okay. Na ja, gut. Das klingt völlig wild. Aber, also, ich hab mit der Bank halt auch noch eine interessante Story. Das war, boah, das ist eigentlich krass, dass das passiert ist, weil ich glaube, das ist... Haben die Geld verloren von dir? Ja, also die haben Geld, die Bank hat Geld verloren. Oh, hey. Das war früher, das war 2018, das magische Jahr, dass ich halt hingegangen bin. Ich musste eine größere Geldsumme abheben und dann gehst du ja zum Schalter, dass du das anmeldest. So, ja, ich möchte die und diese Geldsumme abheben. Und hab ich halt gemacht. Und vor mir, dann sagen sie so, ja, okay, der Bankautomat ist jetzt freigegeben. Wenn sie jetzt ihre Karte reinstecken, müssen sie nicht PIN eingeben, sondern das Geld kommt dann direkt. Das ist dann so voreingestellt. Ach, krass. Ja. Okay. Und vor mir war eine Frau an diesem Geldautomaten. Die hat auch Geld genommen und so. Dann hab ich in meine Karte reingesteckt. Ich hab alles vorher schon gemacht. So, krieg das Geld. Ich krieg sehr viel Geld und ich nehm das raus. Und hinter mir waren Leute, ich wollte jetzt nicht anfangen, da so zu zählen. Okay, ist jetzt richtig. Ich hab das Geld genommen, Umschlag, nach Hause. So, dann geh ich nach Hause und dann zähl ich dieses Geld. Nee. Und ich merk so, warte mal, hä? Ist halt viel zu viel. Ah, zu viel? Viel zu viel Geld. Und ich hab so gedacht, okay, fuck, okay. Lass mich mal nachgucken, Onlinebanking. Ja. Wie viel Geld ist von meinem Konto ausgegangen? Also abgegangen. Ja. Und, ähm, ist es nicht. Es ist nur der Betrag abgegangen, den ich halt haben wollte. Und ich hatte... Jackpot. Also kann ich halt sagen, das waren halt fast 5.000 Euro, die ich halt zu viel einfach so bekommen habe. Und ich war halt, also 2018, ich war, ne, ich war jetzt halt noch 20, 21 geworden. So, das war halt so, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt? So, WDF, so, das war halt ultra krass. Ja. Muss ich sagen, ich bin dann... Du bist zurück. Ich bin zurückgegangen. Hör auf. Ich hab dann im Stream darüber geredet... Das ist ne Sünde, fast schon. Ich erinnere mich da dran. Ich geh nicht zurück. Ich hab das dann im Stream erzählt und wir haben auch darüber geredet, also rein theoretisch hätte ich das Geld ausgegeben und hätte es dann ja rein theoretisch nicht mitbekommen. Ich hätte es ausgeben dürfen, hätte nicht dafür belangt werden können. Ich bin immer zu der Mitarbeiterin gegangen, die ist mir dann auch... Es war auch irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie reagiert die jetzt, wenn ich jetzt sage, hey, sie haben ja aus Versehen 5000 Euro zu viel gegeben. Ja, ja. Und die so, oh mein Gott, danke, danke, dass die mir das gegeben haben und so. Und ich hab halt die Story halt nie richtig erzählt, weil es eigentlich... Ich mach das jetzt exklusiv hier. Wow. Exklusiv im Editor. Ich hab halt immer gesagt, weil es halt irgendwie so besser klang, so, dass ich halt ne Sektflasche bekommen habe. Und sie wollte mir auch eigentlich ne Sektflasche geben. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Und ich hab halt, dann will sie mir die Sektflasche geben und ich hab halt so, ja, ich trinke gar keinen Alkohol und so, aber danke trotzdem. Und ich hab so, nein, 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 denn sie sind ja jung, ich geb ihm was Besseres. Und dann nimmt sie die Sektflasche mir zurück, also ich hätte eigentlich die Sektflasche einfach behalten sollen, nicht verschenken sollen oder so. Nimmt sie mir aus der Hand und gibt mir so ein Headset. Sie gibt mir ein Headset. So ein Headset. So ein Hammer-Ding? Nein, also, da drunter. Wirklich so in, weiß ich nicht, was sie halt benutzen für irgendwelche Kundengespräche halt wirklich halt Callcenter. Hör doch auf. Und das gibt sie mir in die Hand und sagt, für sie. Und ich sag so, danke. Also, sie hätte ja wirklich, ich hab jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt mir die Füße küsst und sagt, oh mein Gott, sie sind ja Beste so, ey. Also wirklich. Ja, komm mal her, lass dich drücken. Ja, oh mein Gott, du hast mein Leben gesaved. Aber ich bin dann halt einfach 5000 Euro, das war nicht mein Geld, aber 5000 Euro hab ich halt abgegeben. Eine gute Tat. Und ich glaub, das war immer noch gut, dass ich's gemacht hab. Also, ich würd's immer noch so machen, aber dann hatt ich einfach noch so dieses komische Plaste-Headset in der Hand und bin wieder nach Hause gegangen. Und das benutzt du jetzt, oder? Das ist seit 10 Jahren in Einsatz. Damit werden schon die Minecraft-Intros aufgenommen. Und die Sektflasche hättest du noch verschenken können an Eltern an Weihnachten oder so. Ja, das wäre eine coole Erinnerung noch irgendwie gewesen. So die Sektflasche ist halt eine lustige Story. Aber hast du das Headset Realtalk noch? Das ist hier nicht mehr in dieser Wohnung, ne. Aber ist das irgendwo noch? Ich glaube, das ist irgendwo vielleicht bei meinen Eltern oder so. Boah, das wär ja, also das musst du dir wirklich irgendwie aufheben. Also so ein Rahmen, legendäre Geschichte, das scheiß Headset. Ja, das ist crazy. Ich glaube, ich sag jetzt so, ich würd die 5000 behalten, auch wenn ich wüsste, ich kann nicht belangt werden, aber ich glaube, in der Realität würd ich denken, oh nee, fuck, wenn da noch irgendwas ist. Also mir tat die Frau halt leid. Also die hat am Ende dann vielleicht Probleme. Das war auch dieselbe Frau, die mich übrigens hinter den Tresen gelassen hat, um mich selber einzuloggen. Also vielleicht... Ist die schon so ein bisschen älter gewesen so? Ja, ja, man hat das Bild im Kopf. Eventuell. Ja, also wenn ich jetzt wüsste, es kriegt keiner von den Mitarbeitern Stress deswegen. Und wirklich die Einzige, die das Geld verlieren, ist die Bank, was ja eh ein unsympathischer Konzern ist in meinen Augen, so wie Versicherungen auch. Alles unter das Kopfkissen. Ja, da hätte ich gesagt, du, das fliegt mir schon. Dominik, hätte die 5000 Euro sowas von safe behalten. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt wirklich denken würde, da kriegt jetzt jemand wegen dieser Aktion Stress und das ist dann auch noch so eine sympathische ältere Frau, die dann so, weißt du, so, dann würde ich sagen, nee, komm, fuck it. Ach so, weil... Ah, okay. Meint ihr, das war das Problem der Mitarbeiterin? Weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass irgendwie der Automat vielleicht einen Bug hat oder so. Ich glaube nicht, dass Automaten einen Bug haben in der Bank. Ich glaube, das ist schlecht, Bro. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich diese Voreinstellung, die Frau vor mir, hat das genauso auch gemacht, dass sie halt mehr Geld abheben wollte. Ich habe das Geld bekommen, was sie eigentlich auch... Ja, der hat es dann so mäßig wie so übernommen oder so. War ein Bug irgendwie im System, also der musste... Na, gut. Weil wenn es jetzt so ein Bug in der Software gewesen wäre und es wäre quasi niemand so krass irgendwie belangt worden dafür, dann hätte ich einfach gesagt, ja gut, scheiß auf die 5000 behalte ich oder spende ich oder so. Wenn ich wüsste, keiner von den Mitarbeitern kriegt da Probleme, wenn es halt in der Job oder so, hätte ich gesagt, scheiß drauf. Da hat nur die Bank verliert Geld, das ist ein unsympathisches kapitalisches Konstrukt, das ist mir egal. Man muss halt immer auch wieder dazu, ich will gar nicht den Einnahmen-Talk jetzt machen, aber zu der damaligen Zeit war das halt, wir hatten ja 2018, das war halt noch gerade das... Es war in der schlimmen Phase. Es war in der schlimmkritischen Phase, aber das hat mich dann zurück dahin gebracht, wo ich hinwollte. Wow. Geil. Ja, Mann. Miguel, widelst du der Kamera Luft zu? Ist sie zu heiß? Ja, also ich muss sagen, die Luft hier drin füllt sich, also wird immer wärmer und füllt sich auch langsam mit so einem stinkigen Sockengeruch von so vier hart arbeitenden Männern, weil ich glaube, deine Füße riechen bestimmt fantastisch nach dem Motivkack, aber wir sind heute schon durchgerödelt durch die Stadt, weißt du? Das füllt sich hier so langsam so schön rein. Das schläfert mich auch ein bisschen ein. Ich werde morgen hier in einem richtigen Mock hier richtig sitzen, Alter. So eine Mutter würde so sagen, das riecht dir nach Puma-Käfig, Alter. Ich muss sagen, ich glaube, dass halt diese Akustikwände halt wirklich da ihren Teil dazu beitragen, dass, also dunkle Wände und ich glaube, dass sie halt unfassbar für Wärme speichern. Ja. Das ist halt so ein Mysterium hier auch ein bisschen. Und deine Heizung geht wieder, meintest du, ne? Ja, die ist aber auch. In zwei Jahren. Die ist runtergedreht. Ich habe sie seitdem, nach zwei Jahren ging sie jetzt mal wieder. Ich habe sie jetzt das erste Mal runtergedreht, weil ich Angst hatte, dass sie halt jetzt Achso, deswegen hast du sie einfach angelassen. Ich habe sie immer angelassen, ja. Alter, du vergehst doch hier drin, oder? Was mir gerade einfällt, hast du noch dieses Hornissen-Problem? Das Hornissen-Problem ist nicht mehr existent. Das war ganz schlimm. Das ist ja nochmal ein größeres. Ich glaube, Dominik kennt das nicht, oder? Ich kenne voll viele Sachen nicht. Wir müssen auch zu dem Part kommen, wo du peinliche Sachen über Kevin erzählst. Die sollten wir nicht vergessen. Ja, das kommt noch. Bleibt auf jeden Fall dran. Schon so eine Stunde drin. Was ist das Hornissen-Problem? Das Hornissen-Problem, das natürlich, wie es der Zufall sollte, dieses Zimmer oder generell die Wohnung lädt sich unfassbar warm auf. Gibt es auch eine interessante Story, als ich mal einen Klimaanlagen-Mitarbeiter hier in der Wohnung hatte und auch ein sehr interessantes Gespräch mit ihm hatte. Aber die Wohnung, die wird halt leider von der Sonnenseite doppelt irgendwie so bestrahlt. Es ist irgendwie, ich sage ehrlich, es ist falsch hier isoliert. Es ist irgendwas falsch. Und es wird hier unfassbar warm und es bleibt auch warm. Und wenn ich lüften wollte früher, dann war das andere Problem, dass ich entweder halt jetzt lüfte und es wird kühler und da bei mir Hornissen, weil hier ein Hornissen-Nest ein großes, vor meinem Fenster war, hat mich dauerhaft beim Stream halt nerven. Das war halt wirklich, also ich würde, ich habe keine Angst vor Sachen, aber bei einer Hornisse wird es halt ernst. Ja, Bro, ich habe aber auf jeden Fall diesen einen Clip im Kopf, wo du so, wo du dann so, man hört dich so, es ist halt auch so funny, weil man sieht dich nicht und man kann es sich halt nur so vorstellen. Und man hat dann so gehört, wie du so vom Mikrofon weggegangen bist und dann so, ah, hier ist irgendwie die Hornisse und dann hast du so, man hat einfach so gehört, man hat gehört, wenn du so, man gehört, dass du so locker drei Meter weg bist vom Mike und dann mit dieser Hornisse am Kämpfen war's, Bro. Ja, also das war, Hornissen sind unchillig. Hornissen, also so Westen, Bienen, Hummeln, alles, ey, okay, aber Hornissen, da habe ich wirklich Respekt. Ja, die sind auch fucking riesig, Digga. Ja, ja. Und die haben sich, also, die haben dann halt hier Unwesen so getrieben und. Ja, wenn du gelüftet hast, kamen die rein und haben ein bisschen Action gemacht. Ja, und dann, das war das Problem und dann habe ich halt lieber geschwitzt und das war dann hart, so. Seit wann hast du, wann sind die weg? Ehrlich gesagt, schon so ein paar Jahren, das war so die Anfangszeit, wirklich, das war, die sind jetzt schon eine Weile weg. Ja, besser ist es. Wurde nicht weggesprengt da draus. Nee, also, also, Retalk, das ist ja auch nochmal so ein Ding, die stehen ja bestimmt da unter Tierschütteln, also, du kannst, du auch nicht, so, darfst du auch nicht töten und so. Ja, aber was hast du jetzt trotzdem getan, Polenböller rein, Abfahrt, du? Ich habe sie alle eingepackt und zu einem besseren Ort gebracht. Was, die hat alle eingeschläfert, Tierarzt war's, die. Oh, die müssen wir einschläfern. Warte, man kann noch ein bisschen einschläfern und dann. Klar. Ja, ne? Du kannst alles einschläfern, Bro. Das ist ja einschläfern, aber du. Das ist eine andere Sache, oder? Kann man das so wie so, es gibt auch so diese Pistolen, die so Tierärzte auch benutzen, um zum Beispiel so einen Elefanten mit so einem. Das ist ein Blasrohr. Ja. Aber wenn man so einen Elefanten mit so einem Blasrohr abschießt und dann schläfst du ja so ein, dann kann man denen so Medikamente geben oder so, weil das sonst ein bisschen schwierig wäre. Würde das funktionieren mit einer Honisse? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, du brauchst es halt ein krasses. Oder ist es zu viel Druck? Du brauchst ein krasses Scope. Ich habe vor Augen, wie jemand mit einer Honisse zum Tierarzt geht und einfach sagt, hey, pass auf, also ist jetzt eine ernste Sache, aber das Ding, also ich glaube, da muss man operiert werden und der macht das nur unter Vollnarkose. Meine Honisse hat seit drei Tagen humpelt die auf dem linken hinteren Bein so ein bisschen. Können Sie da mal nachschauen. Ich frage mich, was das komische Tier war, was bei einem Tierarzt je abgepult ist. Wow. Einfach alleine. Alleine. Ohne Tierarzt. Dass da so einer reinkam. No, 100%ig ist das passiert. Ich sage, dass das passiert. Bestimmt. Das ist ein komisches Tier. Ich meine, ich glaube, ein Tierarzt sieht wirklich jedes Tier in seiner Karriere mal. Alleine, wenn ein Tierarzt ein bisschen zugerufen wird oder so, da siehst du doch schon und alles. Ja, ich glaube, das sind halt dann so Outdoor-Einsätze, wenn du dann irgendwie so ein Tierpark oder ja, ich glaube, dass es dann eher so die Art von Verletzung ist oder so, dass dann halt irgendwie so, was haben sie mit ihrem Tier gemacht, dass es diese Verletzung hat oder so, dass es dann eher so ein Fall ist. Aber an sich glaube, es sind die schon crazy job eigentlich. Ja. Also Basti, wenn du nach den, nach den zehn Jahren da sagst, äh, da schulst du nochmal um, ich würde mir auch so Tierarzt-Streams dann reinziehen. Boah. Oder dass du sagst so. Bisschen makaber, wenn ich da auf einmal so eine Operation auf Twitch so. So, heute haben wir hier die Giraffe Erna und die hat sich ein bisschen den Fuß verstaucht. Also auch direkt mit solchen Tieren, direkt eine Giraffe. Man, du startest direkt mit Giraffen rein. Sagst, ich habe eine Weile Pläne zugezockt, was soll noch passieren, ich weiß alles, ne? Reingeht's. Ja, Freunde, komm, dann pack mal die peinlichen Storys auf. Noch ein paar Storys hier, oder? Ja. Oh. What the fuck, Alter. Also, du sagst so confident, als gäbe es Tausende. Ich hatte jetzt halt die Gamescom-WhatsApp-Story noch erzählt. Oh, die haben wir vorhin schon angeteased, stimmt, bevor wir diesen Podcast gestoppt haben. Aber dir gefällt die Reaktion nicht. Das ist eine nicht richtig unangenehme Sache. Naja. Ist es unangenehm? Ne, die ist schon, das ist schon. Es geht. Unangenehm ist das falsche Wort. Das ist schon ein kleines Fauxpas, was ich hatte. Ein kleiner Fauxpas. Also, es stellt Kevin wieder in ein absolut schlechtes Licht, weil, also, okay, ich muss ihn auch ein bisschen in den Schutz nehmen. Es waren andere Zeiten, es war noch ein bisschen lockerer, es war weniger Reichweite und es war halt nochmal ein lockeres Thema, als es jetzt zum Beispiel jetzt am Start ist, halt mit meiner Anonymität. Aber es ging darum, dass Kevin 2017. Ja, es war wie bei den Early Days, Bro. 2017 auf der Gamescom war und einer, soll ich den Podcast erzählen? Weil da warst du ja nicht dabei. Also im Grunde, da war, 2017 war ich auch dabei, glaube ich. Ich war auf jeden Fall Gamescom und dann, es gab da so einen Guy, wahrscheinlich weißt du sogar noch den Namen, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ist auch egal. Da gab es einen Guy und der war schon so ein, ja, so ein sehr aufdringlicher. Also so, ich habe auch im Chat. Er war im Chat auch sehr aktiv bei beiden von uns und, also ich glaube, ich würde sagen, dass ich seitdem ich streame, selten so einen aufdringlichen Fan, also man muss wirklich sagen, Top 5 aufdringlichste Leute bis jetzt, dato, krass. Kenne ich auch, gell? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nein. Und ich war halt so irgendwie, ich hatte glaube ich so eine Art kleines Mini-Meeting-Greepro. Es waren so, es war wirklich sehr, sehr mini. Also es war so, ich habe mit jedem Zuschauer, konnte ich so sechs, sieben Minuten labern. Und ich habe teilweise länger mit Leuten gelabert, weil es war dann so, dass mein Meet-and-Greepro war eine Stunde oder so. Und ich wusste halt, bro, ich kriege diese Stunde nicht gefüllt mit Leuten, wenn ich jetzt nicht mit jedem sechs Stunden... Es kommen nur so fünf Leute, also, ne? Ja, ich wusste diese fünf, es war schon so... So ein drittes Autogramm, hey, komm, noch ein Bild von der Perspektive. Oh, ein Bild von deiner Oma, Bild von deiner Mom. Es waren schon so 20 Leute oder so, aber man musste das schon so ein bisschen stecken, damit es quasi, damit man auf diese Stunde kommt, so. Und man wollte ja dann nicht irgendwie so sagen, ja okay, ich breche jetzt früher ab oder so. Und, äh, das heißt, man hat halt auch länger mit den Leuten gelabert und so und auch, ne, so kam so ein bisschen mehr ins Gespräch. Und der war so aber mega aufdringlich, viel aufdringlicher als alle anderen, die da waren. Alle anderen waren so chillig und der war so, so die ganze Zeit, er wollte mir dann immer so irgendwie was so zu essen bringen und so, aber so gar nicht. Du redest dich ein bisschen um den Kopf und Kragen, so, ne? Du willst das halt noch ein bisschen rechtfertigen, dass das okay war. Nee, ja, aber klar, ich will es jetzt auch ein bisschen so retten, bevor du es gleich erzählst. Achso? Nein, 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 der war es nicht. Ich dachte, dass du an den denkst. Nee, das ist der nicht. Aber so, der hat mir dann halt so die ganze Zeit so Essen gebracht und ich meinte so, nee, weil ich nehm nie so Trinken oder Essen, so most of the time von Zuschauern an. Findest du das nervig, wenn man dir Essen und Trinken viel angeht? Nein, Mann, ach, Digga. Mann, nein, ihr checkt den Vibe nicht. Boah, das war so, es war so, er hat mir das so gebracht und meinte, es war so, trinkt das jetzt. So, und ich so, ich will es nicht haben. Ich hab auch gar keinen Fall was in das Wasser reingemacht. Ja, genau, genau. Also es war so jemand, der so mega sketchy war und so, hier, ich hab dir eine Capri-Sonne gebracht. Und ich war so, Bro, ich trink jetzt nicht von dir eine Capri-Sonne, Digga, ich kenn dich nicht. Das ist mega sketchy. Okay, okay, also okay, wir haben es jetzt gecheckt. Ja, ja, okay, ihr checkt den Vibe, das ist sehr aufdrücklich, genau. Und dann hat er halt gefragt, so mäßig. Nicht nur, also jetzt bin ich gespannt, wie du es formulierst. Okay, also er meinte halt so. Übernimm, wenn du das Gefühl hast, dass hier was schief geht, ja? Er hat gefragt, Kevin, wie sieht Basti aus? Nee, ich würde sagen, er hat gefragt. Ich würde sagen. Ich würde sagen, also ich hab mich so dran, dass er gefragt hat, wie sieht dein WhatsApp-Profilbild aus? Ich meine, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, kann beide stimmen. Ja, gut, okay. Ja. Aber auf jeden Fall hat er, also ganz kurz, wie würdest du jetzt denken, kommt ein nerviger Zuschauer zu Kevin auf der Gamescom, fragt ihn so, ey, wie sieht Basti aus oder wie sieht Bastis Profilbild aus? Was wird Kevin machen? Na gut. Was denkst du? Was denkst du? Ich meine, wir sind schon zu tief in der Story drin. Da ich ein bisschen Geschmäckle hab, wo diese Story hingehen könnte, würde das Kevin wahrscheinlich nicht gesagt haben, hey, da rede ich nicht drüber, so, das geht ich nicht an, ja, so, auf den, sondern Kevin wird wahrscheinlich einfach dich detailliert beschrieben haben. Er hat einfach mein WhatsApp-Profilbild damals gezeigt. Nein, er hat es gezeigt? Er hat mein WhatsApp-Profilbild gezeigt und das Ding ist, du hattest mir das dann nicht gesagt, sondern am nächsten Tag kam der Typ in meinen Chat und hat mir mein WhatsApp-Profilbild beschrieben. Okay, das ist aber auch ein Snitch-Move von ihm, muss man ganz klar sagen. Ey, was ist das? Stimmt, er ist schuld. Stimmt, er ist schuld. Hast recht. Ich finde, das ist eher der Fehler von ihm als von mir. Bro, das ist crazy. Nein, 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 Spaß. Aber man muss auch dazu sagen... Jetzt, aber hat man dich da so richtig krass aufgesehen? Nein, nein, null Prozent, Bro. Ach so, wo du in der Pflanze versteckst. Also, Real Talk, ich sag mal, man hat so deine Größe und vielleicht so dein Style zu der Zeit irgendwie so gesehen. Aber es war so, ich glaub so im Kopf, dass es so ein Spiegel-Selfie war. Beschreib es jetzt bitte nicht nochmal, ja. Nein, 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 aber... Als du standst da... Du hattest das an. Du hattest neige blonde Haare. Ist das krass. Nee, aber so, ich hatte... Das ist schon scheiße von mir. In meinem Kopf war so ein Spiegel-Selfie, wo dein Handy vor deinem Gesicht war. Also, man hat dein Gesicht auf jeden Fall nicht gesehen, das weiß ich noch. Und es war sehr dunkel alles. Also, es war sehr... Es war ultra abstrakt, sonst hätte ich es auch nicht gezeigt. Real Talk, Real Talk. Wenn es ein ganz kleines bisschen genauer gewesen wäre, bei Gott, ich hätte nicht gezeigt. Okay, aber warum hast du es in der First Place? Dachtest du, er hält dann die Fresse? Genau. Wenn du ihn dann betriebsst... Und hat es ja auch. Und... Also, das war natürlich jetzt voll... Er war schockt vom Aussehen. Holy shit, this man is so sexy. Der konnte den ganzen Tag nichts anderes mehr denken. Dieser fuck, Basti, Alter. Der war so... Also, ich war so genervt in dem Moment. Und ich glaube, ich hatte noch nicht so ein Verständnis, wie ich es heute habe. Also, ich glaube, Basti, du kannst mir blind vertrauen, wenn es um dieses Thema geht. 200%. Dass ich... Ich bin komplett auf deiner Wave. Ich checke komplett, worauf du achtest und so. Man erzählt diese Story jetzt aus Joke. Es ist genauso wie mit der Podcast-Geschichte. Das sind Storys von früher, die lustig sind, aber es ist... Nein, Kevin und ich sind so gut, dass es halt so... Genau, und ich habe jetzt halt ein viel besseres Verständnis davon, wie wichtig dir das ist, wie genau du es nimmst und worauf man achten muss, wenn wir so Sachen machen, wie zum Beispiel heute. Also, weißt du so, ich glaube, ich hatte genau auf dem Schirm, wie wir das ungefähr machen und wie es für dich am coolsten ist, dass du halt safe gehen kannst, dass es halt anonym bleibt und so. Und das hatte ich halt einfach damals nicht. Ich wusste das nicht. Also, weil, man muss auch fairerweise sagen, du bist da halt auch so ein bisschen special. So, alle anderen zeigen sich ja... Du bist auch besonders. Wow. Sollen wir uns küssen? Süß. Soll ich kurz hinter die Cam kommen? Nein, aber so... Ne, also, das ist auch was, was ich erstmal irgendwie verstehen musste, weil... Mit allen anderen war das ja halt voll normal, dass... Ja, ich check schon. Ich check schon. Es gibt verschiedene Stufen. Ich bin kurz zusammengefuckt auf jeden Fall. Als du sagtest... Ich dachte jetzt, du hast es beschrieben, aber du hast es einfach gezeigt. Straight up. Das ist schon wild. Ja, also... Aber es ist danach nie wieder passiert irgendwas in der Richtung. Ne, das stimmt auch wirklich und... Offiziell. Vielleicht kommt demnächst mal irgendwann jemand in dein Chat und schreibt dich. Warte ab. Warte ab. Gibt es auch was peinliches? Ich überlege, habe ich eine peinliche Story über dich? Ist halt schwierig, weil... Das ist halt... Das ist der abgefuckte Part an unserer Freundschaft, Bro, an unserem Streaming-Verhältnis, ist, dass du halt in deinem... Du sitzt halt in deinem... In deinem Bunker, Bro. In deiner privaten Bunker-Zone. In deiner privaten Bad-Föhrling. Während ich mein ganzes Leben öffentlich für die ganze Welt streame. Und Basti kann mich halt immer schön ficken, Bro. Aber ich kann halt gar nichts zu irgendwas zurückmachen. Voll. Also das ist auch... Also die Position genieße ich ja auch. Und darauf basieren ja auch die Witze, die ich halt über dich mache. Also es würde so viele Sachen von mir geben, wenn ich on cam wäre, die halt schief gelaufen wären, ich hätte das falsch gesagt oder irgendwie... Also gut, reden tue ich ja trotzdem beim Streamen, aber ich wäre halt irgendwie ausgerutscht oder whatever. Ich hatte irgendeine Cringe-Interaktion mit einem Menschen oder so. Aber ja, ich mag es eigentlich ganz gerne. Du hast auch immer die bessere Position. Ich habe das Gefühl, meine besten Freunde sind alles Leute, die mich unfassbar immer verarschen, Bro. Nein. Aber du bist auch... Man muss das auch wirklich dazu sagen, Reese wird mir halt da auch zustimmen. Ein Opfer. Nein, du kannst durch deine ignorante, vergessliche Art, die man halt auch liebt, du kannst einen so krass abfacken. Ja. Und man muss auch dazu sagen, ich liebe das aber auch. Ja, ja. Ich liebe es euch, vor allem euch beide. Ich glaube, ich kann selten mich so krass erfüllen, dadurch, dass ich Leute abfacke wie bei euch beiden, Bro. Es ist der Hammer. Man merkt es. Ich merke es auf jeden Fall. Ich merke es auf jeden Fall, ja. Ich fack mich mein Favorite. Ja, das merke ich. Wenn ich von Basti Summen bekomme, so, Digga, du bist so ein Opfer, oder von dir halt die Fresse, das gibt mir irgendwas, Bro. Scheiße, wir müssen das eigentlich irgendwie ändern. Das gibt mir irgendwas. Ja, aber mir gibt das auch was, dich einfach immer wieder zu überstellen, ich habe eine Million mehr auf meinem Konto gefunden und so. Das gibt mir auch einfach extrem viel. Ja. Extrem viel. Wow. Wow. Oh, komm, diese Reaktion, das ist gerade alles. Du erzählst diese Story jedes Mal anders. Ich habe gemerkt, ich habe eine weniger, Bro. Wegen Steuern. Ich fühle mich gerade so lebendig, muss ich sagen. Wegen Steuern. Ich habe einfach vergessen, also nicht vergessen, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass halt so viel von der Steuer noch runtergeht. Hat mein Bankberater zu dir gesagt, deine IBAN ist wieder in Deutschland? Leider nicht, leider nicht. Aber das Ding ist halt, ich rede auch nicht mit meinem Bankberater selber. Du weißt gar nicht, wer das ist wahrscheinlich, ne? Nö, weiß ich wirklich nicht. Äh, ich habe gar keinen. Ist doch besser. Obwohl, da habe ich eine Chance auf ein Headset verpasst. Naja. Ja, also, ich weiß nicht, was man für Headset für 5000 Euro hätte kaufen können, aber ich glaube, Real Talk, ich wäre ausgestattet für den Rest meines Lebens. Schreibt mal in die Kommentare, was hättet ihr gemacht? Hättet ihr 5000 zurückgegeben oder nicht? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Das ist halt so, theoretisch würden alle sagen, ja, ich behalte es. Praktisch in der Situation, man hat das da liegen, denkst du, fuck, was mache ich? Ich glaube, wenn du halt vor allen Dingen, es ist ja auch eine Frage, ich finde, ich finde bei jemandem, der jetzt zum Beispiel so ultra krass am Arsch ist mit Geld, fände ich es auch voll legit, bei so einem Fehler von der Bank zu sagen, ich behalte das, finde ich moralisch vertretbar. Ja, kommt auf die Umstände an. Genau, genau, also wenn du jetzt wirklich an so einem Level bist, so, Bro, eins vor, ich kann mir Essen im Supermarkt nicht kaufen, Bro, da behalte das. Finde ich moralisch vertretbar in dem Moment, weil du es aus der Not heraus machen musstest oder gemacht hast. Also für mich halt, wie gesagt, wenn halt keiner in der Bank noch deswegen seinen Job verliert, ist das für mich, moralisch für mich persönlich, eine glasklare Sache behalten. Ja. Ja, ich glaube, man erlebt sowas halt immer in so kleineren Ausmaß, wenn man jetzt halt beim, oh, Kassiererin hat jetzt irgendwie was vergessen. Oder jetzt, oh, ich hab den Käse jetzt umsonst. Ja, oder man findet einen Schein oder so. Ja. Hast du mal was geklaut in deinem Leben? Nein. Basti, da musst du mal, ja. Da hab ich wirklich noch nie was geklaut, also das kommt auch mal zu. Ich hatte mich angefangen damit. Ja, ja, ich mach's seit kurz, ich geb mir den Kick. Real Talk. Nee, also, es war kein Gig, den ich gerade gemacht hab. Wir haben angefangen, Dinge zu klauen. Ich möchte nur starten, Real Talk, du wirst dir, also, du wirst mir nachher mal ein bisschen zeigen, was du in den Taschen hast, wenn du hier wieder abhaust, Alter. Das sind so Roa-Zustände, oder? Nee, aber so, ich hab halt, ich häng halt mit Leuten ab, die halt Räuber so schwer kriminell sind. Nein, 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 er sagt Räuber. Räuber. Also, hier Räuber Nummer eins ist halt neben mir, der ab und zu mal ein Croissant klaut bei Hotelfrühstücken. Ich weiß von nichts. Oder halt, also, zum Beispiel war jetzt halt, ähm, zum Beispiel war halt, wir waren jetzt in der Schweiz ja im Snowtrip, ne? Und dann gab's da halt quasi ein Restaurant, was mega, was mega scheiße war. Bist du gerade betont? In der Schweiz. Wir haben gerade in der Schweiz, was stotet, ne? Ja, das ist süß. Nee, war schön. Alter, sorry. Ich fahre mich weiter so krank ab. Ich hab's mir immer richtig gut gehen lassen in der Schweiz. Aber sorry. Ich war am teuesten Skigebiet. Long story short, aber. Aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie sagen will. Wir hatten ja All-Inclusive und das Frühstück, da haben wir uns das ja wirklich gut gehen lassen. Also wir hatten so eine Teure Wille, dass die Leute uns immer so gestarrt haben in unserer Fenster, weil es so teuer ist. Es war mir ein bisschen unangenehm. Ich wollte vielleicht mal gucken, wie ist vielleicht so ein Air, wie heißt es, Airbnb? Wollte ich mal abchecken, wie das da so ist? Ich glaube, nächstes Jahr mache ich mal so, wie wenn eine arme Person in Urlaub geht. Ja, 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 ich checke das. Also vielleicht. Vielleicht mal nur Halbpension. Ich hab mal letztens überlegt, wirklich in den Zug zu steigen, ne? Und wirklich, aber gar nicht erste Klasse, sondern so richtig zu den anderen Leuten. Wie macht man das? Sag mal dem Fahrer da auch Hallo oder so? Oder was ist das? Was ist das? Bringt mir jemand die Getränke oder wie? Gibt's Champagner auch umsonst? Ja, okay, auf jeden Fall. Also nochmal zurück zur Story, ne? Ja, ja. Also, ähm. Das hätte ich gerade endlich lange weitermachen können, bro. Wir hatten da so, wir waren in einem, es war ein teures Restaurant, aber es war nicht gut halt, verhältnismäßig. Ja, das ist in der Schweiz Faktor, ja. Ja, und es gab halt so ein Buffet und dann haben halt, Wieler und Hugo haben halt die ganze Zeit vom Buffet geklaut und haben dann auch Tim, weil Tim hat als einziger von uns das Buffet genommen, immer so Tim beauftragt. Dass er halt so hingeht und dann mal so auf einmal richtig Bock hat auf vier Muffins. So, Bro. Keiner wusste nicht, wie viele Muffins, Bro. Das war ultra obvious. Geil. Und, äh, und da hat es so angefangen. Äh, und dann so, ne? Und dann Dominik ist halt auch so ein Räuber. Nein. Meine Freundin. Sag bitte doch nicht Räuber. Räuber ist echt Quatsch. Also Räuber bei, Räuber ist so, da hab ich so, so ein Räuber in so einem komischen Stil von so, äh. Fotzplotz. Von so einem Kartenspiel. So ein Räuber. So, so gezeichnet steh ich mir dann so. Ja, okay, aber Dominik ist ein Dieb. Ja. Ganove. Ein Ganove, ja. Ein Ganove, ja. Ich lebe in der Unterwelt. Und so, ich glaube, ich, ich glaube, das ist das Letzte, wo ich noch was fühle. Da fühlst du mal wieder ein Kick. Nein, Räuber, aber ich, äh, ich hab auch, bis ich jetzt, also da war ich noch 26, bis ich 26 war, hab ich noch nie in meinem Leben was geklaut. Jedenfalls. Okay, aber seitdem klaust du halt jede Woche was. Nein, 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 nein. Ich muss da ganz kurz eine Sache sagen, du wirst dich halt safe call nicht dran erinnern. Also wenn du was geklaut hast vor fünf Jahren oder so, Kevin, du weißt das selber, dass du, ne, aber ich glaube, ich würde sagen, dass ich bei dem Punkt, dass wirklich, ich wüsste das, ich wüsste das, ich, wann konnte ich mir was nicht leisten, also. Nein, nein, also so als, nee, mein Alter. Ich war einfach Geld hinter den Tresen. Oh mein Gott, ihr Wichse. Ich bin immer so geframt wie so ein asoziales Stück Scheiße. Das war aber, wir haben es so ein bisschen angekündigt, aber ich kann es richtig schön rauslassen heute auch. Du hattest früher sogar mal von Supreme diese Money Gun. Hä? Nein. Doch, du hattest auf jeden Fall mal so eine Gangledung. Achso, die war nicht original und die war, ähm, ich habe mir immer geschenkt oder so. Ich glaube, die war, ähm. Hast du die jemals mit echtem Geld im Club benutzt? Ich weiß, nein. Ja oder nein, Sir? Nein. Ich habe die, äh, Fanpakete. Bei Fanpaketen war die da. Ah, ja. Ja. Da war auch eine Fake Rolex. Also, ich, es kam vor, das möchte ich nicht abstreiten, äh, dass ich mal einen Laden verlassen habe mit einer Ware in meiner Tasche oder in, in einem Einkaufsbeutel. Genau, du brauchst es gar nicht so komisch, um, ohne die zu bezahlen. Möchte aber auch sagen, dass es oft von diesen Fällen so war, dass ich eine längere Zeit mich irgendwo aufgehalten habe und tatsächlich einfach vergessen habe, dass jetzt noch eine Sache irgendwo eingesteckt ist oder sowas. So, kräp. Und dann kam es... Digga, du bist an einem Hotelfrühstück vorbeigelaufen. Nein. Hast auf dem Hinweg einen Croissant mitgenommen und auf dem Rückweg noch eins. Nein. Bro. Einspruch, das ist Mundraub. Das war Mundraub, weil ich war in dem Moment hungrig. Man muss auch dazu sagen... Ich klaue nur von den Reichen. Es hätte vielleicht sein können, dass das dann weggeschmissen wird, ne? Okay, Bro. Das ist... Er war... Also, nein, also wenn du das jetzt machst... Okay, schaut... Das ist so kranke Scheiße. Guck mal, also ich sag ganz ehrlich, das Thema Hotel, da hab ich bewusst geklaut, aber ich sag euch jetzt auch, was meine Gedanken waren. Meine Gedanken waren die, diese Leute haben das Frühstück noch nicht auf ihr Zimmer geholt und wenn die das reinholen, es kann sein, dass ihnen das eine Croissant gar nicht auffällt, dann wäre nichts geschehen, es wäre eine Win-Win-Situation für alle. Wenn es ihnen aufgefallen wäre, hätten sie einfach den Zimmerservice gerufen und die hätten gesagt, oh, Entschuldigung, dann haben wir das wohl vergessen und sie hätten sofort ein backfrisches Croissant bekommen. Das heißt, für den einzigen, von denen ich geklaut hab, waren wir in diesem Fickten 5-Sterne-Lux-Hotel, in dem du da gewohnt hast. Das ist so kranke... Du hast in einem anderen Hotel gewohnt, als viele normale Menschen zu dem Zeitpunkt. Das ist so kranke... Ich erwähne einfach nur, dass wir in der Schweiz im Snowtrip waren, es wird einen 3-Win-Bit draus gestrickt, was für ein Wohlen soll ich bin. Und der liegt da hier... Nein. Der liegt da hier, laut zwei Croissants mit Absicht... Auf dem Rücken habe ich es vielleicht auch nochmal genommen. Okay, für die Fairness. Das ist nochmal für mich was anderes, aber nimmst du so aus Hotelzimmern viel mit? Ja. Okay, ich möchte aber auch sagen, dass ich ein Schwabe bin. Und... Das Ding ist... Das ist aber lustig. Also, das ist halt... Das ist bei Stegi halt genauso. Stegi erzählt das auch so selbst... Ja, klar. Nimm ich mit? Nein, ich möchte jetzt... Ich möchte dir aber das dementsprechend beantworten, dass ich jetzt nichts mitnehme. Zum Beispiel Bademäntel oder so, wo ich weiß, die werden wieder benutzt. Aber zum Beispiel diese Shampoos, Duschgel-Dinger und sowas. Okay. Da weiß ich, selbst wenn das noch zu ist, werfen die das weg. Das würde ich nicht Clown nennen, ehrlich gesagt. Weil das ist ja das Zeug, was für dich ja auch da ist, dass du es verbrauchst. Das ist ja auch ein Weg. Ja, ich nenne es auch nicht Clown. Ja. Ich nenne es halt, ich nehme das mit. Und meine Freundin fuckt das schon übertrieben ab. Aber es gibt immer wieder diese Situation, wo ich dann einfach mal kurz für zwei Tage irgendwo hinfahre und dann keinen Bock habe, irgendwie groß aus meiner Dusche mein Zeug. Da stamm ich mir einfach so ein kleines Fläschchen, was ich da mitgenommen habe. Ist auch gut für die Umwelt. Ich gehe auf Toilette. Ich kann das ja jetzt nicht mehr. Wow. Wir würden jetzt in den nächsten drei Minuten den Podcast abmoderieren. Stell dich jetzt der Wahrheit, Kevin. Du kannst nicht einfach gehen. Mach die Empfehlung der Woche ohne mich. Wirklich jetzt? Ja. Digga, den steigst du Kopfe. Ich weiß, ich war mir zu hart zu ihm. Ja, vielleicht ist das tatsächlich so, dass er sich der Situation entziehen muss. Wenn wir jetzt ganz ruhig sind, könnten wir ihn eventuell stullern hören. Ja, dann lass mal. Vielleicht klicken wir das auf die Mikros drauf. Ich habe auch meinen, da ist ja so ein Saugroboter mit einer Kamera. Ich könnte die per App eigentlich auch anmachen. Weißt du, was? Du kannst, kannst du dem Saugroboter, also kannst du die Kamera des Saugroboters sehen? Ja, ja. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ja, wir machen natürlich jetzt nicht die Empfehlung ohne ihn. Er hat nur, er hat nur keine Empfehlung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche, also welcher Part, welches Thema hat euch bis jetzt am meisten interessiert oder gefallen. Also ich habe das Gefühl, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ich würde mich freuen. Wir kratzen hier bei allem so krass an der Oberfläche, aber ich merke auch, wir sind jetzt bei eine Stunde, was sind wir? Stunde 45? Wirklich? Das ist doch die letzte Folge aller Zeiten. Ich hätte es nicht einschätzen können, wie lang das ist. Ich merke es dir an. Du bist nämlich noch in so einem Modus, so sitzt man gerade noch wie jemand, der denkt, es geht noch. Ich könnte, also das ist aber auch so ein bisschen krass, so Streamer-Ding, ich könnte jetzt hier easy halt noch acht Stunden sitzen, glaube ich. Ja, ja, safe. Ich habe halt wirklich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich stelle mir vor, das ist so eine 27-Minuten-Folge. Ja, nee, das war klar. Aber... Das ist eigentlich bei anderen Gästen schon Angst gehabt. Oh, ich dachte, jetzt, was machen wir jetzt, ne? Hast du die Hände gewaschen? Ja. Riechtest. Das ist hart. Aber ich habe Hände gewaschen, aber... Hast du gekackt? Nein. Ich habe Hände gewaschen, aber ich habe nicht mit Seife gewaschen, weil Basti hat nur so eine Seife, die so ein Block ist und das fuck mich immer übertrieben hat. Stimmt doch gar nicht. Habe ich nur, dann habe ich die auch noch nicht gesehen. Das ist doch ein normaler, oder? Nö, nö. Also, ich weiß nicht, was du dir das so genommen hast. Was hast du? Das ist ja viel Gruselig. Was hast du denn mit Hände gesiehst? Das ist aber unüblich, das ist einfach gut, was Basti alles hat. Ja, also, was auch immer war, es hat gut gerochen, auf jeden Fall. Ja. Gut, verrückte Zeiten. Weiß ich nicht, wir müssen das eh cutten vorher oder so. Warum? Wir haben hier über Urin und Kameras und so geredet, in dem Bad und so. Wir haben verschiedene Sachen. Der Saugroboter im Badezimmer, der hat vorne eine Kamera. Warum müssen wir cutten? Ja, jetzt sage ich es einfach. Cut. So funktioniert es nicht. Und hier sind wir wieder, Freunde. So machen wir das in der Branche. Ich merke, wie ich langsam keinen Sauerstoff mehr hier in diesem Raum habe. Noch zum Thema Händewaschen möchte ich dir ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich hast du den Clip geschickt bekommen, bei unserem gemeinsamen Lego-Aufbaustream von der Titanic. Oh, ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott, Basti, das wird das Herrliche sein. Oh mein Gott, das wird Basti sicherlich übertrieben krass schockieren. Kevin geht aufs Klo, kommt wieder zurück. Ja. Ich sage, hast du die Hände gewaschen? Er sagt, wieder wie gerade ja. Nein, ich habe nein gesagt. Ich habe direkt nein gesehen. Hält es mir hin, ich muss riechen. Ich sage, das riecht aber nicht gewaschen. Dann sage ich, na gut, hast du gekackt? Er sagt, ja. Und dann hatten wir quasi die Situation, dass Kevin gekackt hat und sich nicht die Hände gewaschen hat und wollte mit mir weiter das Lego-Set aufbauen und ich habe wirklich viel Verständnis. Ich bin auch privat teilweise, ich bin auch ein unhygienischer Typ manchmal. Hör mir zu, das Klopapier ist nicht gerissen, also warum solltest du denn einfach in der Hände gewaschen? Aber ich habe es jetzt nicht eingesehen, dass wir uns alle noch einen Bandwurm einfahren, noch zusätzlich zu dem ganzen Titanic-Spaß. Ich möchte dazu eine Sache sagen, also ja, das ist natürlich Quatsch gewesen und hätte ich machen können, war dumm, aber ich habe direkt zugegeben, dass ich es nicht getan habe. Also willst du mir, wir haben das auf Video, Bro, willst du mir sagen, du hast mich nicht erst an den Händen riechen lassen? Du hast an seiner Kappfote gebrochen. Ja, Nico, blendst ein, blendst ein. Nein, 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 nein. Okay, scheiß drauf. Ist nicht schlimm, Bro. Einfach wasch müssen, dann für die Hände, ja? Ich muss eine schöne Story erzählen, weil ich da jedes verfickte Mal daran denken muss, wenn ich auf deine Toilette gehen, Bastille. Oh mein Gott. Ich war mal, ich war mal auf diese Toilette, ne, und ich war halt, da war ich wirklich scheißen. Ja. Und ich war mal ein bisschen länger halt und hab da halt so am Handy gechillt. Hast du wirklich so geschissen, das Glocken. Ich hab halt, ich hab halt, enjoy it einfach. Das darfst du ja auch. Und das darf ich auch. Ja, dafür ist es auch da. Digga, und Bastille hat irgendwann geklopft und mich gefragt, ob ich die Wäsche seiner Freundin durchbühle. Man muss dazu sagen, wann war das? Das war 2017. Das ist verrückt, Bro. Und das war so, es war halt mehr so auf Joke, weil du halt gefühlt, du warst halt ultra lange da auf Klo. Und wir wollten halt was aufnehmen, glaube ich. Ja, ja. Schatt den Star oder so, was auch echt eine wilde Zeit war. Ja, eine wilde Zeit, ja. Ja, das war, das war so das Ding. Aber ich sag dir ehrlich, deswegen, ich will euch jetzt noch gar nicht jetzt hier noch länger volllabern, aber das ist eine Sache, ich war ja wirklich bei dir noch nie zu Hause und ich kann mir das, und ich glaube, das ist für euch halt auch, weil ihr kennt Kevin halt so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dir wirklich so zugemüllt ist. Ich kann mir nicht deine, deine leeren Schüsseln, damit der Kruste und noch Restflüssigkeit ist. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich kann mir das nicht vorstellen, das ist halt auch das, ich schätze dich. Okay, Miguel macht so ein. Ich schätze dich nicht, eigentlich so ein bisschen so ein kleines Dreckschwein, schätze ich dich eigentlich nicht ein. Da schätzt du ihn völlig falsch ein. Ja, aber weil ich halt einfach nicht, weil ich halt diese Distanz noch, also wir sind ja auch close, aber halt nicht, halt. Ich verstehe, du hast noch so diese Persona. Ja, ja, ich verstehe. Es ist halt, das Ding ist halt, glaube ich, bei mir, dass ich halt, natürlich finde ich das geiler, wenn es aufgeräumt ist, dann müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich glaube das nicht. Es ist aber so. Ich glaube, du fühlst dich wohl, wenn es ein bisschen Sauerstall ist. Ja, also ich finde, auch wenn es so mega clean ist, das mag ich auch nicht. Es muss schon so ein bisschen, muss es schon so, es muss aussehen, als wird da gearbeitet. Ein, zwei Schüsseln müssen es schon. Ja, es muss schon so, ne? Aber jetzt so, natürlich finde ich es geiler, wenn es aufgeräumt ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch halt jemanden, der so Haushalt macht quasi und hatte ich ja in Berlin damals auch. Digga, wenn, also damals Dina hieß sie, immer wenn die da war, Bro, beste Leben, Alter, dann alles war so mega übergeil. Es ist nur einfach, dass ich halt super easy finde und das in meinem Kopf auch super mich selber austricksen kann, dass ich einfach andere Sachen als wichtiger in dem Moment empfinde oder als smartere Entscheidung, als es halt aufzuräumen. Also ich denke halt, ja, jetzt irgendwie zwei Stunden dieses YouTube-Video zu machen oder diesen zwei Stunden mehr zu streamen, finde ich jetzt einfach sinnvoller, als dann da aufzuräumen. Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir halt da sind, wo wir sind. Da kurz intervenieren, also Schüsseln wegbringen, dauert per se jetzt nicht zwei Stunden. Also das ist jetzt, also ich weiß nicht, wie lange das her ist bei dir, aber... Nee, nee, also es ist auch, ich sage auch gar nicht, dass es immer so stimmt, wie ich das mir so im Kopf zusammenschummelt, aber ich tue es. Aber das ist halt eine Erklärung einfach. Ich muss auch fairerweise, es ist so krass viel besser geworden. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir dran denken, die zweite Berliner Wohnung, da gab es sehr, sehr wilde Zeiten, Bro. Okay, muss man aber auch fairerweise sagen, da kommen dann so Sachen dazu, wie... Ich habe halt so PO-Box-Openings gemacht, also Postfach-Openings und hatte dann halt nicht jemanden wie Tim, der dann halt helfen kann, irgendwie Pappmüll an dem Tag direkt runter zu bringen oder so. Ich habe auch gar keinen Blame da auf dich, weil bei mir sieht es auch wild aus, oft. Also ich bin auch eher so ein chaotischer Typ und irgendwie manchmal, ich glaube, wenn es... Ich brauche ein bisschen schon das Chaos, das würde ich schon so unterschreiben, dass ich irgendwie so... Das entspannt mich irgendwie auf eine Art, weiß ich nicht so. Ja, mich auch. Ich glaube, es gibt so und so. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt auch so immer so ein bisschen ein Spiegel halt von, wie es einem geht und so. Es gab ja auf jeden Fall auch wilde Phasen, weißt du, wo man viel Stress hatte, privat und Stuff und so. Und das hat man auf jeden Fall in den Zimmern gesehen, so, ne? Sowohl bei mir als auch bei dir, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich muss auch sagen, wenn wir jetzt halt zum Beispiel hiermit fertig sind und jetzt zum Beispiel ihr das ganze Zeug zusammenräumt, das ist für mich so diese Feierabendstimmung nach einem fertigen Stream und alles nochmal so mit Kopf durchgehen lassen, das ist für mich nach dem Stream auch das Geschirr und so wegbringen, so. Das ist so für mich so Abbaustimmung. Ich check das. Hab ich aber auch so bei mir jetzt so mit eingebracht, also das ist bei mir jetzt auch eher so. Also das mach ich schon, aber es ist so, ich mag es, ich mag es ein bisschen unordentlich, so ein bisschen halt chaotisch halt, ne? Ich find's sehr interessant, halt die ehrlichen Reaktionen hier halt noch so mitzubekommen. Ja, Bro, natürlich nicht immer, aber es ist schon, ist es besser. Nee, das ist doch, das ist doch etwas, worauf wir bauen können, so, dass wir, oh, okay. Das ist wirklich, wir haben gerade Ende-Therapie-Sitzung. Wir kriegen das langsam. Das war eine sehr, sehr schöne Sitzung, Herr Teller, ja, also ich denke, da können wir drauf aufbauen. Damit wir dieses XXL-Podcast-Ding hier abschließen können, uns fehlt noch eine Sache. Und die wichtigste Sache im Podcast. Die Empfehlung der Woche. Ich dachte jetzt, dass wir uns ausziehen. Was? Wann machen wir das? Können wir nachher machen. Für meinen Onlyfans hatten wir doch, meintest du doch, ist okay für dich, ne? Ja. Also halt ohne Gesicht einfach. Ja. Boah, das wäre eigentlich eine krasse Sache, ne? Ich würde meine komplette, also alles, was ich mir aufgebaut habe, so an Ruf, könnte ich mir einfach so, Leute, ich schlachte jetzt dieses Thema, was ich eigentlich nie thematisieren möchte, so aus, dass ich mich zeige, aber ihr müsst dafür bezahlen. Und ich bin nackt. Hast du nicht gedacht, dass du jetzt einfach so straight up von, du zeigst dich nicht zu, ich mach Pornos gehst und einfach so Onlyfans anfängst oder so? Ja, ich denke, das ist eine Zwischenstufe, nur mal zeigen und dann sagst du, oh, wenn du mal ein Ärschchen sehen willst, gehst du mal für 10 Euro extra. Ich bin so Minecrafter, dass ich bei OF halt auch an Optifine denke, ja. Das ist verrückt. Du bist ein richtiger Mincrafter. Du bist ja ein alter Kondisseur des Podcasts, wir müssen dir jetzt gar nicht groß hier was vorerzählen. Genau. Ähm, was ist deine Empfehlung der Woche? Ich hoffe, das ist jetzt nicht low und jetzt nicht zu deep oder so. Also, wenn du wüsstest, was wir die letzten drei Folgen rausgehauen haben, Bro, es ist die Bar ganz tief. Ja. Ich glaube, dass es aber wirklich für viele Leute so ein Ding sein kann. Ich hab Empfehlung der Woche, ist halt wirklich langsam essen. Ähm, aktiv darauf zu achten, wie schnell man etwas isst, ist sehr krass. Also, es ist super low, aber ihr müsst das mal wirklich vor Augen halten, mehr zu genießen und halt langsam, auch für die Verdauung und allem drum und dran, zu essen, genauso auch zusammen zu essen. Ich finde, zusammen zu essen, in einer Runde, an einem Tisch, gerade jetzt bei Zuhörern oder Zuschauern, die zu Hause wohnen, setzt euch wirklich mal mit euren Geschwistern und Eltern, wenn ihr es nicht macht, mal an einen Tisch und esst zusammen. Ich finde, das ist so eine wichtige Sache, die mich in meiner Kindheit so, jetzt übertrieben halt geformt hat, aber ich fand es immer richtig gut. Und ich finde es auch so wichtig, mit meiner Freundin immer zusammen an einem Tisch zu essen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Ja, okay, sehr gut. Ich finde vor allem den Part mit dem, also das mit dem Zusammenessen, wenn ich nicht streame, esse ich eigentlich immer mit meiner Freundin zusammen so an einem Tisch. Aber ich finde vor allem den Punkt mit dem langsam essen, weil gerade so als, also das ist jetzt ein bisschen speziell auf meiner Situation, auf unserer Situation, im Stream ich esse Turbo schnell, weil ich halt, ist halt ein Hindernis, um den Stream zu machen, Bro. Wenn ich halt da jetzt alle drei Minuten eine Portion Reis reinschaufel, Digga, dann fuck halt lieber ab. Deswegen versuche ich es halt so schnell wie möglich durchzuknallen. Ja. Und man isst halt mehr, also man isst halt viel mehr, weil man ja viel, weil das Hungergefühl kommt ja verzögert. Genau. Und Verdauung fickt halt komplett und so. Also das stimmt schon auf jeden Fall. Und dadurch kauft man ja auch viel öfter, was ja super geil ist. Ja, also das vor allem, ich mag es auch in der Gesellschaft zu essen, wenn man so zum Beispiel, ich mag, ich gehe gerne Tapas oder so essen. So, wenn du halt auf einem großen Tisch voll viele verschiedene kleine Sachen hast. Allgemein, dann dieses, das hatten wir gestern, genau, und dann hatten wir so dieses, ich liebe so dieses mit Leuten, zu vielen Leuten und dann so viel essen und dann ist so dieses, hey, kannst du mir mal das hier reichen? Ja, ja, wie schmeckt das? Oh, das ist lecker, das musst du unbedingt nehmen. Es ist halt gesellschaftlicher, du redest halt so und ja, das schmeckt mir so ein bisschen besser, so ein bisschen weniger und so. Und nicht jeder hat so Seins, sondern so alle Teile. Das ist auch genau so, deswegen mag ich auch Suppe. Also ich esse voll gerne Suppen, weil du genussvoll, weil es ist heiß, musst langsam essen und eine Suppe isst du halt viel länger und du konzentrierst dich halt viel länger auf dieses Esses. Es klingt so, es klingt, ich komme mir ein bisschen merkwürdig dabei vor, so darüber zu reden, aber es sind so, esst mehr Suppe. Bist du auch ein Fan? Da finde ich stark, ja, da finde ich, muss man nicht lachen, Kevin. Nee, ich bin schon fertig. Ja, ja, okay. Aber ich fühle es trotzdem. Esst mehr Suppe ist doch geil. Real Talk Suppe. Gerade so jetzt Winter, so Kürbissuppe. Ich habe ein legendäres Rezept für den Thermomix immer. Da ballere ich mir immer schön so eine schöne geile Kürbissuppe rein, das ist wirklich etwas sehr, sehr Feines. Bist du jemand, der, wenn er jetzt so essen geht in so einer Runde mit ein paar Leuten, Familie oder Freunde oder so, dann auch richtig gerne so einfach lange sitzt? Also man sitzt lange, man isst, man trinkt und hat gute Gespräche und so. Ja, voll, also kommt drauf an, also was für ein Etablissement man ist und ob es jetzt halt voll ist, aber wenn es jetzt ein Lokal ist, wo ich halt weiß, okay, das ist dann zu der und der Zeit chillig, voll. Mag ich sehr, also ich mag es auch, ich mag auch Brunchen. Geil. Brunchen ist ultra groß. So, wenn du halt lange, so diese Mischung Frühstück und Mittag, aber trotzdem nicht so einen verballerten Tag, nicht so jetzt super spät aufstehen und dann jetzt einfach den ganzen Tag nur voll rumsitzen, aber so dieses, so in between so ein bisschen, man sitzt jetzt noch ein bisschen länger und bespricht noch ein bisschen so. So einen gemütlichen Start. Ja, irgendwie so, da bin ich auch mit Wochenende, aber halt auch nicht zu lange. Das ist jetzt nicht so in so ein, okay, ja, wir chillen heute nur und machen nichts und wir sitzen dann um 16 Uhr, aber so halt auch mal ein bisschen über mehrere Minuten verteilt halt essen. Doch, ich merke, du bist wirklich ein Genießer und das gefällt mir sehr gut. Wichtig. Ja, das ist sehr, sehr gut. Meine Empfehlung der Woche, also zu anschließend zu dem langsamen Essen, wurde ich in letzter Zeit, würde ich sagen, ess mal schneller. Äh, ich wurde letzter Zeit öfter darauf aufmerksam gemacht, dass ich, glaube ich, auch, habe ich mir so angewöhnt durch dieses, dass man, dass ich immer schnell essen will, dass ich so angefangen habe, beim Essen so mit offenem Mund zu essen. Du hast es einmal zu mir gesagt, Julia hat es ein paar Mal zu mir gesagt. Ja, du isst echt räudig, das ist fast gar nicht zu dir so. Kevin, du darfst nichts sagen, du darfst überhaupt nichts sagen. Ich esse nur, in Real Talk, ich esse nur im Stream räudig, weil ich da halt schnell esse. Ist ja egal, ist ja jetzt egal. Da hören es aber die meisten Leute leider aus. Ja, okay, fühle, aber da hat es halt die Begründung, dass ich halt versuche, schnell fertig zu werden. Und nebenbei mache ich halt etwas. Ja, warum auch immer, also warum auch immer ich mir das angewöhnt habe, ähm, aber achtet mal drauf, dass ihr mit Zune Mund esst. Also, es gehört ja auch so, wenn man sich mal selber ein bisschen bewusst wahrnimmt, langsam zu essen, vielleicht auch mal zu schauen, kau ich richtig? Habe ich den Mund dabei zu? Schmatze ich komisch? Und sowas, da kann man sich auch ein bisschen beobachten, das kann ja fast schon meditativ sein. Das heißt, ich bin einfach gerade nur bei mir und bei meinem Essen. Und vielleicht bei meinem Gegenüber. Finde ich einen guten Chor. Ne? Finde ich so gut. Und, lernt meine Sprache, wir haben uns vor ein paar Monaten die Challenge eigentlich gesetzt. Ich lerne Italienisch, du lernst Russisch. Und wir wollten die Streak aufreiten bis Weihnachten. Ich habe es weiter durchgezogen. Und heute wird mein hundertster Duolingo-Tag sein, wenn ich heute die Lektion habe. Oh mein Gott, wir können, also, über Duolingo können wir viel reden. Ich bin... Ich habe gerade schon, als du weg warst, habe ich zu Bass gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ich habe das Gefühl, wir haben bei allem nur an der Oberfläche gekrassen. Wir sind trotzdem bei zwei Stunden gerade schon. Ja, machen wir. Dann machen wir nächstes Mal Duolingo auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kommt noch Kevin mit seiner Empfehlung. Ich sage ehrlich, ich habe nicht so was Richtiges. Ich überlege die ganze Zeit so irgendwie, was ich so empfehlen kann. Wir haben halt wirklich jetzt sehr viel rausgeballert die letzten Tage. Ich glaube, ich empfehle einfach einen Song. Ich glaube, einen Song habe ich mal lange nicht mehr... A Realt habe ich lange nicht mehr empfohlen. Ja. Ich finde von Don Tolliver, Bandit, also sein neuster Song stand jetzt, finde ich einen unfassbar geilen Song und ein unfassbar geiles Musikvideo. Kannst du mal ansingen? Äh, nee. Das klingt wie so eine Radio-Anmoderation, dass du jetzt so langsam den Song so derfadet so frei hast. Hier ist er, Don Tolliver. Ja, neu rausgekommen. Ja, 80er, 90er und das Beste von heute. Ja, check das mal aus. Sehr geiler Künstler, finde ich, auch allgemein. Ist jetzt nicht so was, was ich jetzt so immer, wo ich jetzt jeden Song mega crazy pumpe, weil es manchmal ein bisschen zu experimental ist. Aber der Song ist traumhaft. Finde ich übergeil. Sehr empfehlenswert. Ja, Mann. Wow. Wow. Geiler Podcast, Bro. Was für eine Folge. Überlänge. Ich glaube, tatsächlich längste Folge potenziell jemals. Ich freue mich. Haben wir mit dir heute die Checkpoint gemacht. Und es hat sich nicht mal so angefühlt. Ich weiß, ihr wollt jetzt auf den Punkt kommen, aber es war schon cool, dass man sich gesehen hat dabei. Es war schön. Ja, genau. Also wir hatten ja überlegt, weil wir können ja Basti nicht richtig einwenden, ob man halt sagt, yo, wir machen über Discord oder so. Aber das wäre niemals derselbe Vibe gewesen. Mir ist gerade eingefallen, weil wir schauen uns die einfach gerade nochmal an. Mir ist gerade eingefallen, dass die Leute in der Folge ja die ganze Zeit deinen animierten Minecraft-Avatar, der dann so redet und sich bewegt. Das ist ja wild, Alter. Nee, war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass wir hier vorbeikommen durften. Ich hab mich auch sehr gefreut. Und dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden es auf jeden Fall nochmal nachholen, um dann quasi Part 2 alle anderen Themen abzuchecken. Genauso könnt ihr den Edeltalk abchecken, Freunde. Jeden Sonntag, 18 Uhr, sind wir für euch auf YouTube und Spotify am Start. YouTube könnt ihr Abo und Like da lassen. Freuen wir uns auf Spotify für Sterne da lassen. Freuen wir uns auch. In dem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ich wink auch. Er winkt gar nicht. Er winkt gar nicht. Nein, aber die Animation halt. Die Animation winkt. Das Leben ist halt nicht alles echt, Mann. Ciao, ciao. Ciao.